Yo, was geht? Hallo, ich begrüße euch. Welcome back to the English Speaking Rosebrook Channel. This episode is sponsored by England. Tatsächlich, ja, wir reden heute 50-50 nur Englisch und Deutsch gemischt. Wer kein Englisch kann, der kann gleich wieder gehen. Ja, genau. Das war's, also haben wir jetzt null Zuschauer. Exactly. Ja, genau. We can have a lovely with a number expression. Boah, das war cool, so sexisch Englisch. Even nice, ja. Sexlich. Man nennt das auch angelsächsisch. Ne, keine Ahnung, ich habe auch keine Ahnung. Nein, wir haben einfach massive Probleme und ich finde, das war eine gute Einleitung in dem Podcast. Ja, ja, ja. Ja, heute fehlt eine Person irgendwie. Ja, tatsächlich. Ist dir das aufgefallen? Nein, das ist mir gar nicht aufgefallen. Nero, was sagst du dazu? Nero? Ah, kalt, was ist denn mit ihm schon wieder los? Ja, ja, ja. Können wir sagen, oder, was mit ihm ist? Ja, erzähl. Was ist passiert? Mich interessiert es. Nero ist eine Person, die sagt dir manchmal zu und dann sagt sie dir wieder ab. Aber das, dieses Mal war noch geiler, weil jetzt hat er zugesagt. Er hat, wir haben uns ausgemacht, ja, um die und die Uhrzeit nehmen wir auf am Montag. Und er so, ja, passt, Uhrzeit passt auch perfekt, geht alles klipp und klar. Also, die Uhrzeit geht wirklich, hat er gemeint, weil sein Schlafrhythmus lässt das diesmal zu. Ja, ja, es ist 10.30 Uhr. Lässt er zu, dass er nero um 10.30 Uhr wach ist. Und, ja, nein, blöderweise hat seine Freundin einfach heute Geburtstag, hat er fast vergessen. An der Stelle eine richtige Dreistigkeit von seiner Freundin, dass er einfach am Rosebrot-Aufnahmetag Geburtstag hat, aber gut. Ist aber auch die Frage, wie kann man, also wir nehmen das gerade am 20.03. auf, wie kann man denn am 20.03. Geburtstag haben? Also, ist eigentlich das nicht peinlich? Ja. Urviele Leute werden wahrscheinlich heute Geburtstag haben, ne? Ja. Weißt du, wie viele, also halt wie viele Leute zuhören, das habe ich mir letztens gedacht, wenn wir so 10.000 Leute haben, die zuhören, dann haben wie viele Geburtstag, 90? Viele. Im Schnitt viele auf jeden Fall. Aber am 20.03. hat, also eigentlich haben nicht so viele Geburtstag, weil es schon ein Grinch-Datum ist. Ja, da hat eigentlich niemand Geburtstag. Eigentlich nicht. War das so Geburtstag? Ich habe am 23. Februar so Fische, so. Wobei ich glaube, jetzt sind auch noch Fische. Na, egal. Ja. Ich habe am 9. Oktober. 9. Oktober. Ja. Ja, das sind meistens die ganz komischen. Mein Bruder hat auch einen Oktober Geburtstag. Ist auch ein ganz komischer geworden. Das sind meistens die ganz erfolgreichen, habe ich gehört. Naja. Naja. Wir wollen es jetzt mal nicht übertreiben, ne? So, genug Zeit verschwendet. Okay, ja, gut. Welcome back to Rose Bros. Was stand denn die Woche an? Also, es gab ja so viel jetzt, also so viel Brisantes. Also, heute haben wir auf jeden Fall einige Themen, die wir durchleuchten können, ansprechen können. Ja, TJ würde jetzt sagen, war eine wilde Woche, aber jetzt heißt es erstmal wie immer, let's go. Ja, Dingo Skrrra. Ja, womit magst du anfangen, mein lieber, mein lieber, mein lieber Alpha? Ähm, lasst uns, ich habe wieder das Gefühl, dass Skirros auf diesen Podcast reagiert, weil wir dann Orange Tanzverbot-Sache ansprechen. Ähm, lasst uns deshalb beginnen mit etwas anderem. Michael Wendler. Ja, okay, okay. Ja, aber ey, du hast ein Video zu Michael Wendler hochgeladen, ne? Ja, tatsächlich. Ich habe bloß auf dunklen Parabritter reagiert, jetzt noch Alicia Joe, die hat es kurz noch angesprochen. Aber du hast ein direktes Video gemacht und kannst dir mal erzählen, was da jetzt fast ist. Ja, es war ganz, ganz interessant, ne? Ne, der Wendler war ja die letzten zwei Jahre, zwei, ja, also die letzten zwei Jahre oder sowas war er gecancelt, ne, kann man sagen. Und RTL 2 wollte eine Doku mit ihm raushasseln. Auf ganz entspanntes Johannes-Bärchen haben sie ihn angefragt, haben ihm gesagt, Digga, du und deine Wendler-Rette, ihr bekommt 500.000 Euro Gage, ne, dafür, dass wir so auf Simon Desue angelehnt eine Doku-Soap über euer Leben machen können, weil die sind jetzt schwanger. Na, wir kriegen ja ein Kind, also nicht beides, sondern nur die. Ach so. Und das, ich weiß nicht, seit wann sie schwanger sind, seit zwei Monaten oder sowas, und dann halt bis zur Geburt, wahrscheinlich halt bis inklusive der Geburt, hätten sie das dann halt verdoku-soapet. Ey, das ist wirklich, es muss immer ein Highlight zum Schluss kommen, ne? Das hat auch, Klenkern hat es ja oft gezeigt in diesen Dubai-Diaries von Simon Desue, wo er dann auch das Highlight war, dass Simon Desue einen Heiratsantrag gemacht hat. Ja, ja, voll. Also, es muss immer auf irgendwas hinaus, diese letzte Folge, sag ich mal. Ja, fix. Ja, das ist ja auch cool, aber das ist halt, also da ist halt dann offensichtlich so, ja, okay. Das hätte halt wenigstens noch so eine Handlung, ne, von wegen so, ja, die ist jetzt im sechsten Monat schwanger, und wie ist das jetzt? Und jetzt müssen sie Vorbereitungen treffen, bla, bla, bla. Ja, aber halt bei Dubai-Diaries so, wenn das halt von Anfang an klar war, dass da ein Heiratsantrag kommt, so Digger war. Ja, also man hat so richtig, also so wie es rüberkam, wie es Klenkern rübergebracht hat, sah es schon am Anfang so aus, als würde das darauf hinauslaufen. Ja, fix. Voll blöd, jetzt komme ich gerade drauf, ich habe mein Soundboard nicht angeschlossen an Ding, an Discord, weil das könnte ich jetzt, egal, abspielen. Ich höre es, ich höre es, wenn ich drücke, egal, 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 was war jetzt mein Wendler? Genau, fix, RTL 2 hat dann bekannt gegeben, yo, geile Doku-Soap, Michael Wendler wieder am Stieselinski, und dann nach 24 Stunden, nicht normal, haben sie es wieder abgesagt, haben sie gesagt, ja, das Feedback von der Community, das ist uns so wichtig, und wir haben eure Stimmenernte genommen, und deswegen blasen wir die Doku-Soap jetzt wieder ab. Die labern so eine Scheiße, als ob RTL auf seine Community hört, so, bei denen zählt eh nur Quote und Geld, und ich kann dir auch eine Sache sagen, pass auf, die Geissens, die haben ja einen Post gemacht, wo die geschrieben haben, ey, yo, wenn ihr wirklich jetzt das zulasst mit dem Wendler und sowas, dann überlegen wir, die Sendung bei uns abzubrechen, ja, auf RTL. Ja, ja. Du hast halbe Million Gage, du kannst dir den Vertrag unterschreiben, außer, und dann steht ganz unten drinnen, außer, weißt du, triftiger Grund, dass die Sendung wieder abgeblasen wird, und jetzt sagt RTL, ja, das war ein triftiger Grund, free Promotion irgendwo für RTL. Ja, das kann gut sein. Hat der, glaube ich, auch, Dunkler Parabreter hat das, glaube ich, auch so aufgegriffen mit, dass es solche, wie nennt man das, Hate-Wellen extra erzeugt werden, halt für die Aufmerksamkeit, aber die wollten halt nie was anderes erreichen, als diese Hate-Welle. Ich glaube, RTL, die haben doch eh keinen Ruf zu verlieren. Also, wo haben denn die einen positiven Ruf oder so? Die sind eh so, der wird als Assi-Sender so bezeichnet, und ich glaube, denen ist das auch absolut egal, wenn da so Kritik kommt. Ja, eben. Also, ich muss dir ehrlich sagen, so, mich hätte es halt nicht gejuckt, so wirklich, ich hätte es mir nicht angeschaut. Ich denke mir halt auch, ich weiß nicht, ich check halt nicht ganz so, der Wendler, ja, vielleicht hat er Schulden, vielleicht hat er keine Schulden, ich weiß es nicht. Ich habe leider keine Einsicht mehr auf seinem Bankkonto, so. Hattest du eine Einsicht auf sein Bankkonto? Ja, ja, tatsächlich, hat er mir gewährleistet, zwecks Recherche für mein Video. Aber nein, es ist jetzt nicht so, als würden die irgendwie Geldprobleme oder sonst was haben. Der eine Experte, der Onlyfans-Experte, der Christian Biedermeier oder wie der geheißen hat, irgendein Dude hat halt gemeint, so, ja, die können halt bis zu 50.000 Euro, sind realistisch, das die halt machen mit Onlyfans. Und halt, ja, du musst halt nochmal Steuern absetzen. Ich weiß gar nicht, wie das in Amerika ist, weil die leben ja in Florida. Plus, die sind halt auch noch zu zweit. Aber, Bruder, der Wendler, musst du dir mal vorstellen, der ist einer von den bekanntesten Schlagersängern Deutschlands gewesen oder, weißt du, so, der letzten Jahre. Seine Frau macht mega viel Cash mit Onlyfans. Jetzt hätten sie fast noch einen halben Mio-Deal bekommen. Und er hat die letzten Jahre sein Dosenbrot und was weiß ich, was verkauft auf Telegram. So, als ob die Geldmangel haben. Das kann ich mir nicht vorstellen. Boah, das weiß ich nicht. Aber der hat ja in Deutschland, glaube ich, übel hohe Steuerschulden. Plus, der schuldet, glaube ich, ja auch noch den Geissens über 200.000 Euro. Also, ich glaube, da kommt auch noch eine gute Summe zusammen. Deswegen haben ja die Geissens auch so ein Problem mit den Wendlern. Und deswegen haben die auch gesagt, ey, hier, so und so schaut das aus. Also, das hat der Dunkelpahber, da hat das in seinem Video alles aufgelistet, weshalb das so zustande kam. Und dass die Geissens nicht deswegen das sagen mit diesen, die wollen nicht, dass die Wendlers auf RTL kommen, wegen KZ oder irgendwelchen Vergleichen, sondern weil die auch persönliche Probleme mit denen haben. Aber weißt du, was da passiert ist? Wie schuldet man den Geissens 200k? Ich habe keine Ahnung. Also, ich glaube, es ging um 250.000 oder 200.000 Euro, die die noch Schulden haben. Ich weiß auch nicht, wie es dazu kommen kann. Keine Ahnung, frag mich nicht. Ja, kann man machen. Ja, aber wir haben uns einiges erklären. Ja, aber Wendler ist halt, ja, also ich finde, man sollte denen keine Plattformen in der Hinsicht geben. Also, jetzt nicht noch belohnen für das, was gemacht wurde die letzten zwei Jahre. Weil, also wenn du KZ-Vergleiche bringst, vor allem, das ist auch so dumm. Ihr müsst euch überlegen, der Wendler hat halt KZ-Vergleiche gebracht, ne, also, ich weiß, ich kann es gar nicht genau sagen, was er genau gesagt hat, ne. Er hat dann in einem Statement gesagt, ja, sorry, das war falsch ausgedrückt. Ich meinte, glaube ich, Kontrollzentrum. Äh, Krisenzentrum. Krisenzentrum, ja, ja, Krisenzentrum. Krisenzentrum. Einfach Krisenzentrum. Wahrscheinlich ist ein KZ ein Krisenzentrum. Ja, er hat halt hingeschrieben, so in so einem Telegram-Post, so, ja, die Regierung, die, was die halt gerade aufführt, das ist zu heftig, dies, das. Ich weiß nicht, was er genau geschrieben hat, aber auf jeden Fall die Überschrift war KZ-Deutschland. Und dann so Fragezeichen, Rufzeichen, irgendwie so. Und dann hat er gemeint, ja, ja, der Krisenzentrum gemeint. Aber selbst wenn, selbst wenn er KZ gemeint hätte, dann hätte es sich ja bewahrheitet. Na, das muss er ja auch einmal so sagen. Und da muss ich auch ganz klar dazu sagen, das ist absolut richtig, aus meiner Sicht, ganz klar zu erkennen, das ganze Land Deutschland, ja. Ist untergegangen. Ja, ist untergegangen. Ist jetzt in der Zeit komplett untergegangen. Seitdem der Wendler nicht mehr in Deutschland ist. Ja, richtig. Der Wendler, ohne Witz, wir sind seit dem Wendler so am Arsch. Ja. Man merkt das so richtig krass. Er hätte auch Bundeskanzler werden müssen bei uns. Ja. Ich hätte gewählt, aus Österreich. Er hätte alles geschafft. Er hätte sämtliche Sachen verhindert, die negativ gelaufen sind, wäre das Maß aller Dinge gewesen. Er hätte noch so viele Sachen gebracht, die antisemitisch waren, die übel, ja, übel rechts, übel faschistisch klangen. Also von daher, nee, ist schon ganz gut, dass diese Sendung abgeblasen wurde. Ja, das Ding ist halt so, er hat jetzt so angekündigt, seinen Telegram-Kanal halt komplett zu löschen. Ja, zu löschen. Er hat ihn, glaube ich, auf privat gestellt dabei. Und ich glaube, das Ziel ist es halt gewesen, so über RTL 2 wieder so zurück in den Mainstream zu kommen und halt alles, was so, weil klar, die Leute haben halt alles mögliche gescreened, Spinshottet, was er immer früher gepostet hat und dies, das. Aber trotzdem, weißt du, trotzdem hat er sich halt vielleicht gedacht, jo, wenn ich halt möglichst viel davon halt einfach lösche und dann wieder so der alte Wendler, der mit dem, weißt du, der die lustigen Lieder singt und sowas, dann, die Leute, die vergessen das schnell. Die Leute vergessen wirklich schnell. Deswegen, es hat mich auch so gewundert, dass so ein immenser, Backlash einfach gekommen ist, so zu RTL. Hm, ja, gut. Hätte ich nicht gedacht. Ja, doch. Also, ich hätte jetzt auch nicht gedacht, dass der Hate dann so groß ist, aber ich kann es halt komplett nachvollziehen, dass er so groß ist. Ja, ja, sicher. Nur halt so groß. Ja, ich glaube, ja, aber das liegt wirklich daran, man vergisst das schnell. Was hat der alles so gemacht? Und wenn du das dann alles so in einem Video mal detailliert aufgezeigt bekommst, was der alles gesagt hat und gemacht hat, dann denkt man sich so, wie kann RTL das überhaupt zulassen, ihnen dort ein Angebot zu geben? Also, wenn es wirklich so geschehen ist, ne? Ja, ja, sicher. Höllig banal, also, das verstehe ich nicht ganz. Ja. 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 Wäre witzig gewesen. Ich hätte es mir angeschaut, die Wendler-Doku. Vor allem, das ist ja dann auch noch so gewesen, so, genau fix, das war ja auch noch, das will ich auch noch kurz erwähnen, die haben ja am Anfang gesagt, am Anfang haben sie ja noch in den Instagram-Kommentaren und sowas halt so zurückgeschrieben und da haben halt Leute gemeint so, yo, das ist halt scheiße, dass ich halt solchen Leuten eine Plattform gebe und die haben halt gemeint, naja, es geht ja nicht darum, was die Leute sagen, sondern wir geben ja nur, also quasi, wir geben keinen schlechten Ideologien eine Plattform, sondern halt nur den Menschen, so, als ob das halt jetzt irgendeinen Unterschied machen würde. Ja, wenn ein Mensch mit einer schlechten Ideologie eine Plattform bekommt, dann verbreitet er diese Ideologie, also wie du musst. Ja, eh, naja, 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 auf jeden Fall witzig. Habe ich starke Schmerzen. Wusstest du übrigens, dass aufgrund dessen, aufgrund jetzt noch des Vorfalls Alicia Jo 80 Videos gelöscht hat? Was? Sie hat von ihrem Kanal, also ich habe gestern auf ihr Video reagiert, da hat sie 80 Videos gelöscht. Ihr Content bestand damals daraus, RTL, keine Ahnung, so was, wie Bachelor und sowas, zu kommentieren. Das war damals ihr Content. Und aufgrund der jetzigen Situation, dass sich halt RTL gar keine Platte macht und dass RTL irgendwie so absolut unmoralisch handelt, hat sie sich jetzt entschlossen, alle ihre Videos von damals zu löschen. Biest, der Mann. Und sie hat es wirklich gelöscht, also sie hat es nicht auch privat gestellt, sie hat es wirklich endgültig gelöscht. Ja, das ist crazy. 80 Videos, weißt du, was das für ein Aufwand ist, was da für Zeit reingeflossen ist und ist ja auch Teil deiner Entwicklung auf YouTube, das ist halt schon crazy, ne? Ja, vor allem halt, das darf man ja auch nicht unterschätzen, 80 Videos, klar, selbst wenn die jetzt älter sind, die machen immer noch Klicks. Ja. Und wenn jetzt, weißt du, selbst wenn jetzt jedes Video davon nur noch, unter Anführungszeichen, 1000 Klicks im Monat macht oder so, sind das 80.000 Klicks. Ja. Also ich weiß nicht, wie viele die jetzt machen, aber weißt du, was ich meine? Das wäre fast ein Hauptkanal-Video bei mir. Das wäre ein sehr starkes Hauptkanal-Video bei dir, ne? Ein Spaß. Ja, okay. Das ist okay. Nein, nein, nein. Aber guck doch mal auf dem Abonnenten-Counter, ne? Dann können wir noch mal gucken. Ja, ja, schau ich dann nach am Ende des Jahres. Boah, Alter, oh mein Gott. Junge, ey, komm, die abonniert mal bitte alle Kaisern und abonniert mich mal bitte. Danke. Ja, mach das wirklich, mach das wirklich. Wie ekelhaft. Wie kann man denn bitte so böse sein zu mir? Wir schauen mal Ende des Monats, okay? Den Legenden-Status vom Alpha Kevin, den kann ich halt nie ersetzen, ne? Richtig. Ja. Endlich sag's mal jemand. Ja. Und dann ist es ja auch ehrlich so, wenn der Konkurrent das sogar sagt. Ne, find ich gut. Nein, also, nein, sicher. Legit, das ist ja nur alles nur Spaß. Ne, seh ich nicht so. Ja, ich weiß. Ich bin jetzt schon ganz schön auf 180. Mhm. Ja, genau. So, ich trinke jetzt was, damit du wieder das Gespräch übernehmen musst. Ja, ja, okay. Dann trinke erst mal was. Wir hatten noch eine Sache, die werden wir aber nur mal ganz kurz thematisieren, bevor es zum dicken Big Baba Puba, Big Baba Puba-Hit kommt. Wir haben noch Pamela Reif. Da ist auch einiges passiert. Also, einiges passiert. Das ist noch nicht mal so ein großes Thema, aber man kann es trotzdem mal kurz anschneiden. Wie eine Torte. Ja. Boah, das wird jetzt wieder Hate geben. Das wird jetzt wieder, egal was wir sagen, das wird jetzt Hate geben, oder? Weiß ich nicht. Was ist denn genau passiert? Ich habe mir nur ein Rudkai-Video, glaube ich, angeschaut. Pamela Reif? Wer ist das für überhaupt? Blöde Frage. Hä, kennst du sie nicht? Also, sie sagt mir was, aber ich weiß nicht genau, was sie macht. Ich glaube, sie ist Deutschlands mitgrößte YouTuberin, Influencerin insgesamt. Also, sie ist aber international eigentlich unterwegs. Also, sie ist so Fitness-Influencerin. Hat auch so eine eigene App. Und die hat, glaube ich, 9 Millionen, 10 Millionen Abonnenten auf YouTube. Keine Ahnung. Also, ist schon sehr, sehr krass, die Reichweite. Und hat auch schon mit irgendwelchen Fußballvereinen, wie Dortmund und so, Videos aufgenommen. Das ist die von dem Haaland-Video. Ja, genau, die mit dem Haaland-Video. Genau, genau. Oder mit Emre Can und so. Genau. Boah, das war ein Unsymbattler. Irgendwie, war es ein Stream oder ein Video? Ich glaube, es war aber ein Stream. Weil das war eher eine spontane Sache. Nee, oder ein TikTok. Ich glaube, es war ein TikTok. Genau, da hat sie so einen TikTok-Filter verwendet. Und heutzutage gibt es so TikTok-Filter, die verändern dein Gesicht so, dass du halt komplett anders aussiehst. Aber dass es so, ja, natürlich unnatürlich aussieht. Und da hat sie so gesagt, ja, bei mir, ich sehe aus, also bei mir sieht es voll hässlich aus. Ich sehe aus wie eine Transe. Hat sie so in der Art gesagt. Und hat es halt hochgeladen. Oder ich weiß nicht, ob es ein Streamer. Und sie hat halt so nicht gecheckt, dass es sehr beleidigend ist und dass es ziemlich transphob rüberkommt. Weil als ob jede Transe, oder als ob eine Transe, also erstmal das Wort Transe ist ja schon eine Beleidigung. Und zu anderen, sie assoziiert praktisch Transgender-Personen mit hässlich. Weißt du, was ich meine? Nein, das war halt eine sehr, sehr unüberlegte und dumme Aktion von ihr. Und das hat sie dann auch gemerkt. Ja, weil das erste Mal, wo ich das gesehen habe, ich habe gedacht, dass es halt aus einem Livestream ist. Und dann hat Rutke so gemeint, so ja, sie hat das ja hoch, also sie hat das ja aufgenommen, sich angeschaut und hat gedacht, ja, bam, let's go, da haben wir es hoch. Das ist ja, das ist halt das Lustige gerade, also lustig. Das Ding ist halt so, man muss es halt auch verhältnismäßig sehen. In dem Moment hat sie anscheinend wirklich nicht gecheckt, dass halt das Wort Transe irgendwie anstößig ist. Das ist halt, also, jetzt nur mal. Ich finde es wild, das ganze Gender-Thema, das ist ja ziemlich groß geworden, aber mittlerweile weiß man doch, dass das Wort irgendwie einen nicht so positiven Beigeschmack hat mittlerweile. Ja, es ist schwer, dem aus dem Weg zu gehen, sag ich jetzt mal. Aber, wie gesagt, also ich habe jetzt, zumindest aus diesem Video, habe ich nicht das Gefühl gehabt, als hätte sie es irgendwie böse gemeint. Natürlich hat sie was Böses gesagt, aber sie hat es halt nicht böse gemeint. Deswegen, da muss man ihr zumindest, so, wenn sie jetzt gemeint hätte, wenn sie jetzt wirklich gemeint hätte, so, yo, transsexuelle Menschen sehen einfach scheiße aus. General, ne? Zum Glück schaue ich nicht so aus. Weißt du, was ich meine? So, dann, okay, Bruder, dann. Ja. Ding so. Aber sie hat sich auch schon dafür entschuldigt, ne? Ja, richtig. Und ich glaube, das ist, also, wenn man sich die Entschuldigung mal angeguckt hat, da hat sie auch nochmal das alles erzählt und sie hat sich wirklich, es klang super authentisch. Dass sie es wirklich nicht so gemeint hat, dass es wirklich einfach voll dumm von ihr war. Und, ja, also von daher, also, ist jetzt nichts, wo ich sage, ey, klar, es ist eine richtig scheiß Aktion gewesen, gar keine Frage, vor allem bei ihrer Reichweite. Aber ich finde, die Entschuldigung, die war, die war sehr authentisch und die kam relativ zügig. Ja, ich finde, man muss da immer differenzieren können, so, yo, greife ich jetzt jemanden an, der wirklich, weil es gibt wirklich viel unschöne Dinge in der Welt und da muss man halt auch einfach mal so sich überlegen, yo, greife ich jetzt jemanden an, der halt unabsichtlich etwas gesagt hat, was anstößig ist und der das dann halt auch kapiert hat, so, dass es nicht gut war, wenn man sich dafür entschuldigt hat und dies, das oder verschwende ich meine Zeit, investiere ich meine Zeit darin, dass ich halt wirklich etwas Sinnvolles mache und halt jemanden quasi zur Rechenschaft ziehe, der halt absichtlich schlechtes Gedankengut verbreitet, wisst ihr was, jemand? Richtig, richtig. Ja, also, wie bei einem Wendler zum Beispiel, der hat das ja bewusst alles erzählt, die ganze Scheiße, so, sie hat halt Scheiße erzählt, aber ich glaube es, ich glaube, sie wollte es halt wirklich nicht. Eben, und das Ding ist halt, ja, keine Ahnung, also, wenn das im Livestream passiert wäre, dann hätte ich noch einmal so gesagt, so, yo, aber das ist halt dann wirklich einfach so, so, sehr interessant, wie, wie, äh, unwissens hier an das ganze Ding rangegangen ist. Ja, sehr. Weil es passiert jedem, dass du so im Livestream mal irgendwas sagst, was du halt nicht gemeint hast oder so. Also, ja, ey, das ist bei mir genau das Gleiche. Ich, ich werde immer noch konfrontiert, also, sehr selten, aber im letzten ersten Umut Abi war da so ein Video und, und da haut so einen Clip von vor fünf Jahren raus, wo ich mal in einem Livestream, ähm, das K, also, pass auf, ich, ich kann es ja zitieren, das ist ja jetzt nicht so das Problem. Äh, ich hab in einem Livestream mal gesagt, ähm, da hatte ich einen, einen Beef oder eine Streitigkeit und da ging's um Hate Rates, also, da wurde ich ziemlich gehatet und so. Und da hab ich jemanden zitiert, ja, oder beziehungsweise ich hab gesagt, weil er hat seine Community Kanacken-Army genannt, da hab ich gesagt, ja, du und deine, und dann Kanacken-Army, hab ich gesagt. Ach so, okay. Und das wurde so zusammengecuttet, dass ich, dass nur drinsteht, ja, du und deine Kanacken-Army, und deswegen wurde dann so gesagt, ja, hier, guck mal, der ist rassistisch. Äh, der, der ist ein übester Rassist. Würde ich heutzutage auch nicht mehr sagen, weil ich ganz genau weiß, Leute schneiden das aus dem Zusammenhang und verwenden es gegen mich. Ja, voll. Aber da siehst du ja, was das für ein Backlash immer noch haben kann, oder dass auch heutzutage immer noch sowas verwendet wird. Ne, nur um gegen mich da vorzugehen, das ist vor fünf Jahren gewesen so. Da war ich 18, 17, 18. Ja, eben. Und das ist halt das, was ich meine, ne, du musst es halt verhältnismäßig sehen. Ich hab das nicht gewusst. Ich hab nur den Clip bei Umut Abi gesehen, weil ich hab halt auch auf das Video reagiert, ne. Und dann hab ich mir gedacht, ja, okay, da hat der Alpha Kimmel mal, äh, alle drei Gehirnzellen mal ausgeschaltet, ne. Aber halt dann, wenn, Bruder... Ja, das ist wieder so die Kontextsache, weißt du, wenn du das nicht weißt. Ja. Dass das Verhältnis eigentlich ganz anders war zu der Zeit. Also, ich hab ihn praktisch rezitiert, indem ich gesagt hab, ey, ja, du und deine Kanacken-Army, weil er halt selber das Wort, oder seine Community so genannt hat. Oder Türken-Army hat er auch seine Community genannt. Und ich hab auch gesagt, ja, du und die Türken-Army. Ähm, und das wurde halt einfach nur kontextlos reingeschnitten. Und dann sieht's natürlich so aus, als würde ich das einfach so aus nichts erzählen, als würde ich einfach so von mir selbst aus das sagen. Ähm, ja, aber dann kommt halt, dann kommen halt solche Gerüchte zustande. Und dann wird irgendwie gesagt, ja, guck mal, der ist doch rassistisch und so. Obwohl's halt nicht stimmt. Drum, ich, ich, manchmal, wenn ich so live bin oder sowas und ich erzähl irgendwas, was halbwegs ein sensibles Topic ist, dann versuch ich, in einem Redefluss zu reden, damit man automatisch merkt, wenn jetzt irgendwer einen Cut setzt oder sowas, dann merkt man, okay, da ist, da wäre noch was gekommen. So. Ja, das ist, das kann echt super schwierig enden. Ne, man, man versucht einem dann die Brutte im Mund rumzudrehen und irgendwie das so zu schneiden, dass es möglichst asozial rüberkommt. Aber ja, deswegen, ich bin, was sowas angeht, ich hab mich übrigens dafür auch im Anschluss direkt entschuldigt, auch die Tage danach entschuldigt, und sogar Monate und Jahre danach in Reactions auch entschuldigt, dass die Ausdrucksweise, wie ich es trotzdem gesagt habe, einfach falsch war. Aber das wird natürlich nicht erwähnt, weißt du? Ja, sicher. Ich werde jetzt auch den Clip von, wo du es gerade eben gesagt hast, werde ich auch aus dem Kontext schneiden und einfach safe. Eineinhalb Sekunden auf meinem Hauptkanal hochladen. Ist richtig, ja, finde ich auch gut so. Aber Umut Abi, lebende Legende, ich kenne den nur aus einem Video. Das ist so, nur für die Leute, die jetzt den nicht kennen, das ist so ein Dude, der flext viel mit seinem Geld und so, hat viele Ansagen an Alpha Kevin in der Vergangenheit gemacht. Sehr, sehr witziger Dude. Schaut meine Reaction, die war super. Ja, ja, und meine Reaction, auch super. Aber er hat eine Ansage gegen mich gemacht, deswegen. Und du hast ja auf die Ansage mit reagiert. Und hast gesagt, es war lustig. Die war absolut lustig. Ich brauche auch mehr so Beef. Keiner macht Ansage gegen Kaiser, und das ist halt einfach schade. Du bist so lieb. Verschwendetes Potenzial. Ich glaube es halt wirklich, weil ich hatte nur Beef, Beef, Beef unter Anführungszeichen mit Achmat. Ja. Warum ist das mit dem Mikrofon im Fokus? Vielleicht noch mit Wash, aber Wash auch sehr korrekt zu mir gewesen und alles, dies, das. Aber so, ich hatte echt nie viel Beef mit ihm. Aber weißt du, was das liegt? Ich erzähle es dir, man kann dich einfach nicht ernst nehmen. Dich schon, oder was? Ja, offensichtlich. Ja, ja, ja. Offensichtlich. Mich nimmt man ernst so, da wird halt draufgegangen, weißt du. Ich mache ein Video zu Casino, du machst ein Video zu Casino. Wer wird angegangen? Natürlich nur ich. Ja, stimmt doch. Oder zu was für einem Thema war denn das noch? Wo dann, da gab es auch irgendwie danach noch Stress. Da ging es aber nur um mich, obwohl du zuerst das Video hochgeladen hast. Z-Mex, war Z-Mex? Ja, ja, stimmt, Z-Mex. Wir haben ja gleichzeitig das Video, glaube ich, hochgeladen. Ja, ich habe ein Video hochgeladen und irgendwie kurz darauf hast du dann so hochgeladen. Stimmt, ja, Z-Mex. Also, jetzt nicht mal als Flex, aber halt mein Video hat viel mehr Aufrufe gemacht. Und trotzdem hat halt die Freundin von Z-Mex, oder hat Z-Mex, dir geschrieben, aber mir nicht. Junge, vor allem so übel panisch. Die haben so übel panisch geschrieben. Ey, hier, hier, das war doof und bla, bla und kannst du offline nehmen. Und ja, hier, bitte stell das dann nochmal so und so hin. Und ja, wir machen das auch nicht mehr. Und bei dir, die haben dich einfach ignoriert. Einfach ignoriert. Aber der Kaiser hat ein Video gemacht. Ja, ist ja, ist egal. Ist das so lustig. Wen juckt sie? Ist das so lustig. Weißt du, ich habe so übelst die Gespräche und Kaiser schreibt mir dann so oder sagt halt so, hä, warum haben die sich bei dir gemeldet und nicht bei mir? Ja. Ich habe es auch nicht verstanden, by the way. Nehmt es mich ernst. Nehmt es mich ernst. Ganz kurz, ich wollte nur noch sagen, einmal so bei dem, das ist mir jetzt eingefallen, bei dem T-Tag-Ding, weil ich habe einmal so T-Tag angesprochen und dann hat T-Tag ein Video gemacht und dann habe ich darauf reagiert. So. Und dann hat unter meiner Reaction hat einer so hingeschrieben, ja, ihr könnt jetzt auch einmal aufhören mit dem Fake Beef oder irgendwie so. Und ich habe mir so gedacht, also das ist halt so, glaube ich, einer von den größten Misconceptions einfach generell so auf Social Media, dass Leute, weil es halt viele Leute machen, dass Leute von Beef leben oder so. Weißt du, was ich meine? So Beef, das Einzige, was dir Beef bringt, ist vielleicht minimal mehr Aufmerksamkeit plus viel Hate. Und ich will kein Hate. Ich will kein Hate. Ich mache Kritikvideos und ich komme sehr gut, ohne viel Hate abzubekommen, klar. Weißt du, was ich meine? Also wenn ich jetzt Beef anfangen würde mit irgendwem, das wäre katastrophal. Ich bekomme jetzt auch, ich bekomme nicht viel Hate oder so, aber ich glaube, meine Art ist ein bisschen direkter als deine Art, weil du machst es mehr humoristischer nochmal. Damals habe ich auch humoristisch, aber ich habe trotzdem auch so übelse Fronds mit rausgehauen. Aber ich glaube, du machst das so auf unterhaltsame Art und Weise. Die Kritik kommt trotzdem an, aber es ist so seicht. Also du gehst nach dem Video nicht raus mit, ey, das ist ein übelster Penner, sondern scheiße, jetzt habe ich wieder auch so ein Wort gesagt. Jetzt werden wieder Leute sagen, ey, was hast du gegen Penner? Ne, das ist so ein übelster Doofmann. Penner darf man nicht sagen. Und, ja, keine Ahnung, bei dir kommt das nicht so rüber, so, dass man jetzt sagt, ey, man muss jetzt böse auf Kaiser sein. Ich glaube, bei mir kommt das mehr so rüber, dass man böse auf Alpha Kevin sein muss. Ja, ich bin halt ein sympathischer, junger, fescher Mann. Und das willst du denn da bei mir haten? Ja, na so. Na, keine Ahnung. Prinzipiell kann man alles an dir haten, ne? Aber, ja. Na, also, real talk, so, wenn ich jetzt, also, okay, ich habe Kritikvideos gemacht gegen Leute, gegen einen ABK oder sonst was, aber jetzt zum Beispiel ABK. ABK hat mich danach in seine Instagram-Story gepackt und hat ganz weirde Sachen zu mir gesagt. Äh, und das war mir halt einfach scheißegal, weißt du, was ich meine? So, ich hätte jetzt nochmal ein Hauptkanal-Video raushauen können. Er hat mir sogar geschrieben, er hat geschrieben, äh, 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 ja, ich weiß nicht, ob ich das jetzt linken soll, er, er, er hat, er hat halt quasi so geschrieben, so, äh, äh, du, du cooler Meinungsblogger, hau doch nochmal ein Hauptkanal-Video raus, weil dir ABK jetzt geschrieben hat oder so, und mir war das halt absolut scheißegal, weil ich, 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 ich gehe jetzt mal davon aus, er hat das, er hat drauf spekuliert oder will das oder so, weil er ist halt jemand so, der lebt halt von Beef, aber mich juckt das nicht, so, wenn ich irgendwen kritisieren will, dann kritisiere ich, kritisiere ich den, aber ich schlachte halt kein Thema aus. Ja, also. Ich finde, ich finde die Entwicklung da sowieso super traurig eigentlich. Also, ne, ich hab, mit ABK war ich, war ich ja auch immer super cool gewesen, ne? Also, war ja eigentlich alles entspannt, so zwischenmenschlich, ne? Also, er ist menschlich wirklich ein korrekter Typ, aber hat einfach seit letztes Jahr, also nicht letztes Jahr, vorletztes Jahr, 2021 Dezember, einfach nie wieder geschrieben, ist mir entfolgt und er hatte so Hass auf Meinungsblogger irgendwie geschoben, ne? Weil man ja noch mit Kuchen.dv auch nur Kontakt hatte, ja, damals. Ach so, ja, ja. Und deswegen, auch Chasnero ist ja damals entfolgt und alles Mögliche, wo ich mir so sag, Alter, was ist das für ein Kindergarten? So, hä? Weil du jemandem folgst oder weil du mit jemandem mal was zu tun hattest, darf man nicht mehr, keine Ahnung, irgendwas miteinander zu tun haben, sozusagen. Also, das war ganz, ganz komisch. Und die anderen Videos, die waren dann ja auch ziemlich, naja, kann man halten, was man will, aber es war jetzt nicht so nice. Ich kenne ihn halt nur so, wie er jetzt ist, so. Ich war ja früher nicht so in der Szene drin, beziehungsweise ganz früher, Bruder, wo ich fucking Longboard-Tour geschaut habe oder sowas, da kannte ich ABK nicht, obwohl er da schon Videos hochgeladen hat, ne? Der ist ja schon ewig, ewig aktiv und sowas. Aber, ja, keine Ahnung. Ja, gut, ich finde, ich finde, Content-Technik, du kannst halt schon Sachen kritisieren bei ihm safe. Menschlich gesehen ist er wirklich ein super korrekter Typ, da kann ich jetzt nicht viel sagen. Aber halt, wie gesagt, so in der Öffentlichkeit, manche Sachen, finde ich, kann man durchaus kritisieren und thematisieren, weil da waren schon, ja, vage Behauptungen manchmal dabei. Ja, wie gesagt, ich kenne ihn menschlich nicht, er hat sich benommen wie ein absolutes Kleinkind in meinen Instagram-DMs, das weiß er selber auch, das hat er ja absichtlich gemacht, um mich zu provozieren, hat nicht funktioniert, er habe echt gehabt. Hast du viel Hate abbekommen da, in der Zeit? Pff, eigentlich nicht wirklich. Ich habe gedacht, es wird heftig, weil er hatte irgendwie 300.000, 400.000 Leute auf Instagram und ich war gerade tätowieren, ne, ich habe gerade, ich glaube, das war bei dem Tattoo, ne, und dann habe ich so nebenbei so Kommentare gelesen, hin und wieder mal hat einer reingeschrieben, ja, du Hurensohn, ich habe mir gedacht, Bruder, mein Video hatte eine Like-Rate von, ich glaube, 98 Prozent und jetzt hat er eine Like-Rate von 95,7 oder so, da habe ich mir auch gedacht, Bruder, wenn du halt, also, es soll sich halt nicht blöd anhören, ne, aber wenn du mich absichtlich vor 300.000 Leuten auf deiner Instagram-Story so, der hat ja auch gesagt, sie sollen rüberkommen und sie sollen Kommentare schreiben und sowas, wofür ich ihm sehr dankbar bin, weil das ist halt ein super Push für meinen Algorithmus. Naja, das war ja schon, aber dann droppt halt meine Like-Rate auf dem Video so zweieinhalb Prozent oder sowas und ich kriege halt so zehn Kommentare, das ist halt irgendwo, wäre mehr gegangen, aber trotzdem, ja, wie gesagt, ABK juckt mich nicht, wenn er jemals Blödes macht, dann mache ich ein Kritikvideo, das ist wie bei jedem anderen auch so, da musst du halt dann irgendwie, ja, drüber stehen so, ja. Irgendwo, wir sind so abgetrifftet, wie kamen die jetzt eigentlich auf das Thema? Keine Ahnung. Keine Ahnung, ich weiß auch nicht. Ja, wir wollten ja Skurros nerven, oder nicht? Ja, Mann, ja, jetzt, jetzt geht's los, jetzt geht's los hier, es hat gar nichts mit Skurros direkt zu tun, jetzt das Thema, ne? Das ist eigentlich eine Sache, die hat nichts mit Skurros zu tun, aber ich weiß, dass Skurros auch ab und an mal hier vorbeischaut, vor allem, wenn der Titel irgendwas mit Orange und Tanzumbrot zu tun hat. Boah, dann kommt wieder ein Video auf das Urteil. Ja, Mann. What's up, friends? Welcome back from a mega mansion. I'm Skurros. I got so much money. Ja, Mann, du hast, du hast mir gesagt und du hast dir mal in dem Stream, äh, im Stream sag ich, im Podcast mal gesagt, guck dir bitte das Video an von Skurros, wo er irgendwie so ausgerastet ist und ich, ich hab so zum Teil das nur angeschaut, Junge, er hat sich auf den Boden gelegt und hat rumgeschrien und so, wenn ich mal so habe mit Skurros da los. Ja, ja, der hat, der hat die, die, die ganz falschen, äh, Medikamente, ich wollte jetzt einen Witz machen, aber na, das, da machen wir keine Witze, weil sonst, sonst ist das so auf, auf, äh, Orange-Morange-mäßig angelegt. Egal, ich will ja gar nicht spoilern, gehen wir einfach straight rein in das, in das Thema Orange-Morange. Wie hat das überhaupt angefangen? Ich hab das gar nicht so mitbekommen. Meinst du jetzt den kompletten Anfang oder den jetzigen Anfang? Nein, nein, den jetzigen Anfang. Ja, weil der komplette Anfang, da geht's ja noch um die Gamescom, da geht's ja noch davor, vor der Gamescom, auf der Twitchcon und das war ja alles letztes Jahr. Das war ja mit, in dem Batzi gebannt wurde, ne, auf Twitch. Jetzt wurde Batzi gebannt auf Twitch, jetzt vor gar nicht allzu langer Zeit, ne, und Batzi ist immer noch gebannt auf Twitch, der ist auch, glaub ich, immer noch auf Instagram gebannt. Keine Ahnung, was er gemacht hat, dass er auf beiden Plattformen permanent gebannt ist, das ist crazy. Ähm. Ist aber lustig. Ja, also es ist jetzt nicht so, ich trauer jetzt nicht drum, ich gönne niemanden einen Bann, aber ich, es ist jetzt auch nicht so, dass es mir übe, übeleid tut, vor allem weil Batzi scheinbar, so haben es mir Zuschauer geschrieben, noch eine große Klappe bei Kick hat, weil er ja jetzt dort vor 4.000, 5.000 Leuten streamt, auf einer neuen Plattform mit 7.000 Followern hat er angeblich 4.000, 5.000 Zuschauer. Wahrscheinlich, oder? Ist auf jeden Fall realistisch, ja. Also, wenn ich auf Twitch 50.000 echte Follower hab, dann hab ich auch immer 50.000 Zuschauer, ne? Ja, ist klar. Es ist so unrealistisch, also das, also es ist wirklich maximal unrealistisch, dass jemand auf einer anderen Plattform, die komplett neu ist, ohne diesen Kanal zu pushen, weil er hat ja kein Insta, er hat ja kein Twitch, also er kann nicht mal die Leute rüberziehen, dass er dann dort 4.000 Zuschauer hat oder 5.000 Zuschauer hat, das ist völlig unrealistisch. Was, by the way, mehr ist, als er auf Twitch hatte, ne? Ja. In den letzten Monaten hat er auf Twitch 2.000 Zuschauer im Durchschnitt. Ja, genau. Und auf Kick plötzlich 4.000. Leute, wen wollt ihr bitte verarschen? Also, wer auch immer das glaubt. Ja, und Tanzverbot hat das ja auch gesagt, ne? Hat auch gesagt, ähm, ja, das ist ja unrealistisch und dies, das, anders, ne? Ja, Tanzverbot, der hat schon, der hat das aber auch bei Skirros und bei Orange hat er das mit kritisiert, dass er auch gemeint hat, die haben auch 100% mal bei Twitch gebottet und auch bei Kick ist das gebottet und so weiter. Also, er hat das jetzt auch nicht als Vermutung dastehen lassen, sondern als Fakt. Ne? Ich bin da immer so ein bisschen vorsichtig, weil ich ganz genau weiß, ne? Wenn du was vermutest, du musst es eigentlich beweisen können. Ähm, deswegen bin ich da immer vorsichtig, was das angeht. Aber Tanzverbot hat halt so straight up gesagt, ey, yo, ihr bottet halt. So, Leute, bei, ähm, Kaiser ist die Kamera mal kurz wieder abgeschmiert, auf ganz entspannt. Ja, ich hab's falsch eingestellt. Nein, ich hab's falsch eingestellt gehabt. Ach ja. Man sieht auch, jetzt bin ich weiter weg im Bild. Audio-Deskription für alle, die auf Spotify sind, man sieht jetzt, ich bin weiter weg im Bild. Mhm. Ja, genau. Das hast du toll gemacht. Danke. Also, wir waren stehen geblieben damit, dass Tanzverbot meinte, ey, Skirros und Orange und Batzi die botten. So, das war, das war der letzte Stand, wo wir nochmal, glaube ich, stehen geblieben sind. Und, äh, ja, jetzt ist eine Situation entstanden, die ist jetzt so ein bisschen unschön. Also, am Anfang ging's jetzt darum, dass Orange erst mal in seinem Stream meinte, ey, ähm, Tanz, er hat gehört, dass Tanzverbot und Lola eventuell Koks genommen hätten. Man weiß es jetzt so nicht, aber er hat halt so die Vermutung rausgehauen. Ja, ja. Und, und die Leute haben dann Tanzverbot gespendet und auch so geschrieben und auch Orange hat es gespendet und so geschrieben, ey, yo, mach doch hier mal so einen Haartest, so einen Drogenhaartest. Und, äh, er wollte ihm halt so darstellen als, oder so hinstellen, als würde Tanzverbot halt ein Kokser sein. Also, jemand, der Koks nimmt, Drogen nimmt und so. Ja, ja. Das ist, das ist schon die erste Sache, die völlig dumm ist. Also, ähm, aus nichts jemanden vorzuwerfen, ey, du nimmst Koks, zumal das ja privat ist. So, das ist doch, wen interessiert das, ob er Koks, ob er Koks nimmt, ne? Ja, safe. Also, äh, in Berlin wäre es ja nichts, ähm, unnatürliches oder so. Na, Spaß beiseite. So, also, also, for real, so, selbst, also, ich, ich habe natürlich keine Ahnung, ich kenne Tanzverbot nicht, dies, das. Ich glaube nicht, dass er Koks nimmt, aber, keine Ahnung, selbst wenn er es nehmen würde, wäre es mir auch scheißegal, so. Das Ding ist halt, wenn du, wenn das jetzt wirklich so wäre, wie Orange gesagt hat und jemand hat ihm privat gesagt, yo, ich weiß, das Tanzverbot sich gern mal, ne, Schnee im Sommer, ne, würde Bowser jetzt sagen, fährt, äh, Schnee fährt vor allem. Ja, ja, Skifährt. So, dann kannst du das halt nicht, dann kannst du das halt nicht raushauen, so, weißt du, was ich meine? Ähm, das ist halt extrem disrespectful, plus, selbst wenn es halt nicht stimmt, ist halt jetzt dieses Stigma da, dass die Leute sich denken, so, yo, aha, dann, vielleicht ist ja was dran, so, und da kannst du halt jetzt nichts machen, außer du machst diesen beschissenen Haartest. Ich hätte an Tanzverbotsstelle gesagt, du, Orange, schick mir 500 Euro noch einmal oben drauf, dann mache ich den fucking Haartest, das ist mir egal. Dann kriege ich 500 Euro und kann meinen Ruf reinwaschen. Ähm, das ist ja trotzdem, du setzt ja irgendein Gerücht in die Welt, du weißt es selber nicht. Ja. Und, äh, also ich weiß nicht, ob man das schon theoretisch, äh, belangen könnte, ich kann mir das schon vorstellen, weil, wenn du irgendwie eine Sache jemand vorwirfst und er erzielt dann den Schaden, weil dann irgendwelche Partner abspringen und sagen, ey, wir wissen nicht, nimmst du jetzt Drogen oder nicht, wie schaut das aus, äh, das ist ja, das ist ja ein immenser Schaden. Dann wird einfach irgendein Gerücht in die Welt gesetzt. Ich find's, ich find's echt hart. Und, was die, glaube ich, nicht checken ist, weil es immer gesagt wird, ja, hier mit ApoRed und so, ähm, was sie nicht checken ist, das ist privat. Also, was, was jemand privat macht, kann uns völlig egal sein. Wenn jemand spielsüchtig ist und zockt Casino privat, dann ist mir das scheißegal. Ja. Es geht darum, ob's jemand öffentlich macht, so, und wenn jemand das öffentlich macht und das bewirbt, dann ist es kritisch, weil, was soll ich denn jemand sagen, der eine Spielsucht hat? Das tut mir eher leid, dass er eine Spielsucht hat. Ja, natürlich. Ne, oder jemand, der eine Alkoholsucht hat. Aber wenn jemand in der Öffentlichkeit Alkohol bewirbt, wenn jemand in der Öffentlichkeit Casino bewirbt, dann gehört das kritisiert, weil er halt ein sehr, sehr beschissenes Vorbild ist. Ja, natürlich. Das ist halt das Ding, so, ich, 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 ich verstehe halt auch nicht, warum Orange und Screws sich die ganze Zeit noch zwanghaft so in dieser Bubble einfach halten wollen, wo sie sowieso die wenigsten Menschen jetzt noch mögen. Und es ist einfach so, es ist so, wenn du dir die Like-Raten anschaust bei allen Videos, es ist so, wenn du dir einfach, wenn du einfach dein Gehirn anschaltest. Die Leute haben halt einfach sich fürs Geld entschieden, ist ja kein Problem, aber dann brauchen sie nicht damit rechnen, dass nicht auch irgendwie so Backlash kommt. Und wenn du dann auch solche Aktionen machst, natürlich, natürlich, ich hab mir dann ein Video von Orange angeschaut, da sagt er dann, naja, der Tanzverbot, der pisst uns ja die ganze Zeit an und der redet da von gekauften Followern und dies, das. Das fucking wundert sich, dass das spekuliert wird, wenn du auf Kick einfach 5000 Zuschauer hast, während du auf Twitch, auf deinem Main-Ding, wo du deine gesamte Karriere drauf aufgebaut hast, nicht mal die Hälfte davon noch hattest, so im Schnitt. Im Gegens, Twitch, größte Streaming-Plattform versus Kick, Newcomer-Plattform, wo so ein paar Streamer aktiv sind. Ja, dann wundert es dich, dann kannst du dich halt auch nicht wundern. Und dann halt auch noch so das Geld rauszuhauen, so, ja, das ist halt, ich weiß nicht. Und dann halt irgendwelche Sachen so zu unterstellen. Ich weiß nicht, also an Tanzverbotstelle, ich würde es komplett verstehen, wenn er den Haartest nicht macht und wenn er sagt, Digga, ich hab da keinen Bock drauf, weil ich muss das nicht beweisen. Ich würde es auch verstehen, wenn er es macht und einfach nur damit er halt einfach so, Bruder, irgendwo ist er halt gezwungen, das zu machen. Absolut nicht. Also ich glaube, niemand muss so eine Casino-Bubble, ist eine Rechenschaft schuldig, so eine Casino-Bubble. Wenn die irgendwas erzählen, also da bin ich der Letzte, der ja noch irgendwie einen Aufwand unternimmt, um denen irgendwas zu beweisen. Ja, sicher. Wenn die einfach irgendein Gerücht streuen, nee, also da würde ich auch sagen, nee, mach ich nicht, du kannst mir gern Geld spenden, aber das war's. Ja, sicher, na eben, ich meine halt, also er ist jetzt gezwungen, das zu machen oder er lebt halt damit, dass halt ein paar Leute das jetzt glauben und das ist halt schade, aber das ist halt auch einfach dann, ja. Das ist auch völlig egal. Das ist auch so dumm, so selbst wenn er Drogen nimmt, wie gesagt, so, wen juckt denn das? Wen juckt das, wenn ich jetzt beispielsweise privat Drogen nehme? Ich mach's ja nicht öffentlich. Also dementsprechend, wen hat denn das zu interessieren? Was ich privat nehme oder was ich privat mache, ja? Ja, eben. Wer soll das kritisieren, wenn ich mir mal wieder 10 Liter Meth in meine Venen spritze und so, weißt du? Ist Meth flüssig? Nein, weiß ich nicht. Ich dachte, du kannst das sogar flüssig machen. Weiß ich nicht, weiß ich nicht, wie es bei... Keine Ahnung, ich kenn mich mit Drogen nicht aus. Ich kenn mich wirklich nicht aus. Ich kenn nur Gras und das war das Einzige. Ja, ich auch, legit. Ja, deswegen, ja, bin ich... Was aber natürlich auch nicht gut ist. Nehmt das nicht, außer ihr braucht das für medizinische Zwecke. Genau. Aber auch wirklich für medizinische Zwecke und nicht fucking, ich bin 15 und ich brauche das, weil, keine Ahnung, ich hab mir letzte Woche den kleinen Finger gebrochen. Junge, ich hab mir den kleinen Finger gebrochen. Also jetzt nicht so in meinem Klaus-Umfeld oder so, aber halt so in der Schule und sowas, dass halt dann Leute dann einfach sagen, ja, das ist ja Medizin und weiß nicht, wo das überall hilfreich ist und bla bla bla. Ja, aber du bist fucking, du hast ja nichts. Du hast ja keine, keine Ahnung, keine körperlichen Beschwerden oder sonst irgendwas. Du musst es ja nicht nehmen. Als Jugendlicher ist es schwierig. Das sollte man gerade nicht nehmen als Jugendlicher. Also wenn ihr schon diese Entscheidung trefft, irgendwas zu nehmen, dann seid bitte erwachsen. Ja, also als Jugendlicher ist es noch zehnmal gefährlicher. Ja, ich weiß noch, ich bin aber, weil das ist das, was halt die wenigsten Leute so bedenken. Ganz kurz noch zum Thema Gras. So, ja, Gras ist wahrscheinlich so mitunter eine von den, oder am wenigsten schädlichen Sachen, die du halt konsumieren kannst. Wahrscheinlich wesentlich besser als Alkohol, dies, das. Trotzdem ist es illegal, zumindest bei uns, deswegen macht es nicht. Aber da bin ich aber mit der Bahn gefahren. Früher, da war ich irgendwie 14 oder so und dann ist da so ein Dude neben mir gesessen und er fragt mich so, der war irgendwie so 28 oder so und er schaut so rüber zu mir und er sagt so, bist du in einer Gang? Und ich sage so, bitte was? Und er so, bist du in einer Gang? Und ich sage so, nein. Und er so, ah, okay, na, ich dachte, du schaust aus wie jemand, den ich kenne, der ist in einer Gang und so. Und der hat mega langsam geredet, einfach extrem langsam. Und dann hat er mir erzählt, dass er jahrelang grassüchtig war und dies, das. Und ich habe mir gedacht, ja, ist mir doch scheißegal, lass mich in Ruhe Bahn fahren. Und dann gab es so eine Station bei uns, die war so, also das ist halt nicht offiziell so eine Station, wo halt so die ganz, wo halt solche Menschen aussteigen. Aber trotzdem, ich habe mir halt so gedacht, das ist kein Spaß. Ich habe mir so gedacht, der steigt sicher da aus. Und dann kommen wir zu der Station und ich sage so zu ihm, ja, du musst da jetzt aussteigen. Und er so, ah ja, stimmt, ist wirklich meine Station. Einfach gecalled. So ein Trottel. Der dachte, ich bin in einer Gang, dann hat er mir von seiner Grassucht erzählt, der wollte sogar meine Uhr haben. Meine Uhr wollte er auch haben. Ach, nice. Ganz, ganz weirde Story. Okay. Aber ja, ich hoffe, es geht ihm gut. Also Leute, nehmt keine Drogen. Keine Macht, den Drogen, wichtig. Genau. Keine Drogen, den Macht. Aber das hat sich ja jetzt noch zugespürt, die Situation. Jetzt wird es ja noch viel schlimmer. Genau, also Orange passiert jetzt gerade den Hate seines Lebens und den hat er selbst zu verantworten. Also ist er mal wieder selber dran schuld. Ja. Also ich kann diese Dummheit tatsächlich nicht in Worte fassen. Mir ist das wirklich jetzt, mir fällt das schon schwer, das anzusprechen. Also Orange hat auf Kick, das ist so dumm, er hat auf Tanzverbot reagiert. Also Kick ist ja diese Plattform, so eine Casino-Plattform letztendlich. Das sind viele Casino-Streamer. Ist der jetzt auch gar nicht mehr auf Twitch oder was? Orange ist fast gar nicht auf Twitch. Okay, okay. Im Monat fähr ich mal nach ein paar Stunden, da war es das. Aber damals hat er ja so 100, 200 Stunden immer so auf Twitch im Monat verbracht. So jetzt so, keine Ahnung, 5 bis 10 Stunden oder so. Glaube ich. Und ja, er ist auf Kick. Er streamt so, wie er ein Tanzverbot-Video reagiert. Oder auf irgendein Video hat er reagiert, aber Tanzverbot halt mit drin. Und dann hat er so im Anschluss gesagt, yo, ey, ich hab da eine Wohnung in Berlin gefunden. Oder irgendwie ein bisschen außerhalb von Berlin gefunden. 650 kalt und so. Wann ich nicht? 650 kalt? 60 Quadratmeter, als ob der Orange hinziehen will. Und dann hat er so gesagt, ja, ey, ich hab halt überlegt, dort hinzuziehen. Dort und dort ist das. Dann hat er halt so alles gezeigt, ne? Und immer, und dann hat noch jemand so geschrieben, ey, du hast grad die Adresse von Tanzverbot gelegt. Und er so, nee, hä, was für ein Tanzverbot? Was? Hä? Doch, ich möcht doch nur, ich möcht doch nur eine Wohnung für mich finden. So übel schlecht gespielt. So immer drauf hinaus gezielt. So, ja, guck mal, da wohnt ja Tanzverbot und so. Und einen Tag später hat dann Tanzverbot bestätigt, das ist seine Adresse gewesen. Oder ist seine Adresse? Weiß ich jetzt nicht, wie es da ausschaut. Und ja, Orange hat einfach ihn gedockst. Also, er hat einfach die Adresse gelegt von ihm. Ja. Und das ist halt dann auch der Punkt, wo du solchen Menschen halt auch gar nichts mehr so gönnen kannst. Und so, ich meine, das ist halt einfach so der fucking Beschissen. Überleg dir mal, was der Typ halt einfach macht. Er ist so verletzt in seiner Ehre, dass über einen anderen Casino-Streamer gesagt wird, yo, eventuell bottest du deine fucking Zuschauer. Oder halt, keine Ahnung, das Casino, mit dem du einen Deal hast, bottet deine Zuschauer. Ich weiß nicht, was da jetzt genau war. Aber, dass er nicht nur Tanzverbot vorwirft, Koks zu konsumieren und dann sagt, ja, du musst jetzt den Drogentest machen, weil sonst ist es faktisch so. Sondern dann auch noch seine Adresse liegt. Digga, was für ein fucking peinlicher Dude ist das. Also, real talk. Ekehaft, ehrlich. Real talk. Also, guck mal, das ist ja noch nicht mal mehr ein Ehrenkodex, sondern das spricht einfach gegen das Gesetz, jemanden zu doxen, der vor allem noch eine Bekanntheit hat. So, und selbst, guck mal, selbst wenn das jetzt nicht Tanzverbootsadresse gewesen wäre, hätte er eine Adresse von irgendjemand geleakt und die Leute hätten dann so gedacht, ah, das Tanzverbot kommt, da bestell ich mal die Polizei hin, da bestell ich mal die Feuerwehr hin und so weiter. Da gibt's Spotting-Einsätze und trotzdem ist jemand geschädigt. Diese Weitsicht von einem Orange-Morange, die ist so gering. Das ist dem scheißegal. Das macht mich so traurig, ehrlich. Das ist dem sowas von scheißegal. Der glaubt, der hat jetzt im Leben gewonnen, weil er ein bisschen Kohle hat. Schön, schön, wirklich. Ich glaube, das macht er auch wirklich aufgrund dessen, weil er jetzt Casino-Geld hat, nimmt er halt das in Kauf, dass er halt angezeigt wird, ein bisschen Strafe zahlt und ja, dann macht er das wieder und wieder. So hab ich das Gefühl. Ja, das ist auch extrem smart so, mit seinem Geld umzugehen, ne? Ist safe. Wenn man gerade viel Geld hat, dann sollte man noch viel Geld ausgeben. Ja. Einfach mal das Leben. Guck mal, du ruinierst halt nicht nur das Leben von deinen potenziellen spielabhängigen Zuschauern. Sondern du ruinierst dann halt auch ein Leben von einem Tanzverbot, der nicht mehr dort leben kann. Also du kannst jetzt safe, du kannst dir wirklich sicher sein, dass er dort nicht mehr leben kann, wo er jetzt gerade wohnt. Ja, ja, ey. Ja, das ist halt so das Ding, wo der, der, der echt, wie kann es einen dann noch wundern, dass du halt dann noch Hate abkassierst und sowas. So, niemand mag jetzt noch Orange, Morange, niemand mag jetzt noch Skrulls, niemand mag Batzi, einfach weil die Leute so eine Scheiße fabrizieren einfach. Selbst wenn er jetzt auf das reagiert und sich denkt, äh, der Lauertal in seinem Stream, der ist ja nur neidisch auf das ganze fucking Geld, das ich hab. Ja, extrem neidisch bin ich. Extrem fucking neidisch bin ich drauf, dass ich nicht dein Leben haben kann. Also jetzt mal, real talk, gibt es wirklich jemanden, der auf Ernst denkt, man ist neidig, oder der auf Ernst neidig auf Orange ist? Also jetzt mal ohne Witz, ne? Ja, gibt's sicher, Leute. Ich bin zu keinem Millimeter, egal ob ich jetzt ein Streamer bin, YouTuber bin oder ob ich als Erzieher arbeite, ich wär zu keinem Millimeter neidisch auf das Leben von Orange, Morange. Weil ich aber auch glaub, denk, dass er charakterlich, also das ist jetzt natürlich nur so meine Einschätzung, weil ich schon einiges gehört hab, aber ich sag jetzt nicht, was so ist. Aber ich hätte keinen Bock, so ein charakterlich unfassbar, unangenehmer Mensch zu sein. Das Ding ist halt auch, er sagt dann auch immer so, ja, Tanz, oder Screws hat das gesagt, Tanzverbot ist ja so neidisch, weil wir so viel Geld verdienen mit unseren Casino-Streams. Glaubst nicht, dass fucking Tanzverbot die heftigsten fucking Angebote überhaupt kriegt? Ich weiß nicht, wie viele Zuschauer Tanzverbot hat, aber der könnte so fucking viel Kohle machen. Er könnte, guck mal, er nimmt kaum Placements an, ich glaub, der könnte richtig fette Deals haben. Ja. Der hat auch auf Twitch, hat er ja eine richtig gute Reichweite, da hat er ja, keine Ahnung, 6.000, 7.000 Zuschauer, 5.000. Damit kannst du so viel machen, er macht's aber halt oftmals nicht, irgendwelche Placements anzunehmen, weil er sagt, er ist auch so zufrieden. Und als ob ein Tanzverbot so, als wäre er so arm und hätte es nötig, neidisch zu sein auf jemanden, der mit Casino ne Million gemacht hat oder so. Ja, vor allem halt. Junge, ne Million, Alter, ey, das ist, ach ja, scheiß drauf, wirklich. Ich denke auch, die sind dann übergras, weil die ne Million gemacht haben damit. Jaja, musst dir vorstellen, so 6.000, 7.000 Zuschauer auf Twitch, das sind ja gleich mal 30.000 Zuschauer auf Kick, ne? Ja, ja, safe. Das ist halt das Ding, so, da kannst du dann noch extra viel Cash machen. Da kannst du richtig gerade Deals aushandeln, irgendeine random Plattform. Naja, sicher. Es geht halt im Endeffekt wirklich nur darum, so, yo, wie verhältst du dich im Internet und verhältst du dich so, wie du gerne selber behandelt werden wollen würdest, so, ja? Ich bin jetzt hier der Vertrauenslehrer eures Vertrauens. Aber es ist halt wirklich so, imagine, du dockst jemanden. Imagine, du sagst einfach direkt oder indirekt, ja, dort lebt dieser jemand. Das ist eine ganz eklige Verhaltensweise, zumal man ja weiß, ey, guck mal, die wohnen auf Madeira und von dort aus, wenn du da die Adresse leagst oder so, die haben nicht viel zu befürchten. Ja. So, weil, wer macht denn extra nach Madeira, um da jetzt irgendwie hinzugehen? Aber die wissen ganz genau, Tanzverbot super polarisierend, es gibt auch viele Leute, die trollen gern Tanzverbot, auch von früher noch. Und, ja, die wissen ganz genau, die würden das Leben zerstören von ihm oder sehr, sehr krass einschränken. Also, wie kann man so menschlich, also, wie kann man so, ich muss jetzt mal ehrlich sagen, für mich fühlt sich das so an, dass er ein absoluter Versager ist, dieser Orange. Ähm, so eine richtige Versager-Mentalität, weil er kümmert sich so um sein Zeug, ne, um sein Casino-Ding, aber alles, was um ihn herum ist, ist so richtig so ein sozialer Abstieg von allen Seiten. So, das ist wirklich richtig traurig. Boah, warst du, das ist mega geil, ey? Orange, falls du es siehst, magst du mal in den Podcast kommen? Ja, Mann. Das wäre ulüssig. Ja, Orange, komm in den Podcast. Das wäre wirklich witzig, oder nicht? Also, also, legit, ich würde es machen. Ich wäre dabei. Ich wäre damit kein Problem. Ich fände das mega lustig. Ich würde ihn gerne mal damit konfrontieren, aber der würde halt sagen, ja, guck mal, was habt ihr damals mit ApoRed gemacht? Der hat auch niemand bei Mimi gesagt, hier, guck mal, Adresse hier oder hier, das ist so dumm. Weil, ja, der hat noch gesagt, ey. Da war ich noch nicht aktiv. Pass auf, pass auf, eine, eine, eine Sache. Orange hat noch gesagt, er hat ja die Adresse nicht geleakt. Tanzverbot hat ihr ja jetzt geleakt, indem er gesagt hat, dass er wirklich dort wohnt. Ja, ja, klar. Pass auf, das ist der erste. Und das zweite hat noch so gesagt, ja, hä, bei Mimi hat sich damals niemand beschwert, als er die Adresse von ApoRed veröffentlicht hat. Aber, Junge, ein Mimi hat nicht die Adresse von ApoRed veröffentlicht. Der hat die früheren Adressen veröffentlicht, wo er mal gewohnt hatte. Ach so, das, okay. So, lost. Oh mein Gott. Ja. Naja, falls ApoRed mal wieder da einbrechen würde in seine alte Wohnung, so, dann weiß man jetzt, wo die ist. Ja. Ja, richtig, genau. Einmal die alte. Okay, das ist ja echt heftig. Ja, also an alle Casino-Streamer und alle, die Bock haben auf einen Casino-Deal und so, nehmt den an und dann kommt es zu uns im Podcast. Ja. Nee, ich habe wirklich starke Schmerzen. Ehrlich, ich habe da echt starke Schmerzen, diese... Es ist mir super suspekt, wie ein Mensch so sein kann und so handeln kann und denken kann, er kann sich alles erlauben, nur wegen ein bisschen Geld. Das ist halt das Ding, so, ich glaube wirklich nicht, dass Geld Menschen verändert, sondern dass halt dann einfach so die Menschen... Du merkst es halt einfach, so, dem Typ ist jetzt einfach langweilig und das Einzige, was ihm jetzt noch Spaß macht, ist, Leute anzupissen und abzufucken. So, Bruder. Ich habe auch aus dem Umfeld, also, äh, Vic, also Iplali, der, der hatte auch mal noch irgendwas geschrieben gehabt, aber das war nicht für jeden zugänglich, also das hat nicht jeder gesehen. Ähm, ich sage jetzt auch nicht, was der genau geschrieben hat, aber der hat auch eine negative Erfahrung mit einem, mit einem Orange geteilt. Und es zeigt mir auch von so vielen Seiten, auch so, was eventuell privat gelaufen sein könnte, zeigt mir, dass ich Abstand halten würde von einem Orange. Ich persönlich. Ich würde mich niemals mit jemandem wie Orange, äh, irgendwie gern abgeben, befreunden oder sonst irgendwas, weil das, was ich alles schon so gehört habe, keine Ahnung, das spricht nicht mit, oder das stimmt nicht mit meinen moralischen Sachen überein oder wo ich sage, ey, mit dem möchte ich irgendwas zu tun haben. Ja, ey, also, also, allein halt auch, dass er so einem, einem glücksspielsüchtigen, äh, Buzzy da so die ganze Zeit eingeredet hat, wie viel Geld er nicht bekommen würde bei einem Casino-Deal, die ist das. Jetzt, by the way, Buzzy, vielleicht dank, dank, äh, Oranges Mitwirken, ein extrem unbeliebter Mensch, sehr viele Leute hassen ihn jetzt einfach, weil er seine Community verkauft hat und sowas. Das ist einfach der Orange-Effekt, ne? Richtig. Er wurde georanget. Er wurde richtig georanget und geskirroßt. Geskirroßt. Ähm, ja, aber das ist, das dazu, also wirklich absolut unverständlich. Ist immer nochmal wichtig zu sagen, dass wir, was wir ja machen, das ist nicht ein Fakten-Podcast, sondern ist ein Meinungspodcast, das ist immer subjektiv, jeder kann für sich selbst entscheiden, ob er Orange feiert oder nicht feiert, äh, ja, deswegen, das ist kein Fakt hier, ne, das ist immer ein Kommentar. Ja, natürlich. Ähm, ja, wir, wollen wir rübergehen zu Fragen, die gestellt wurden? Machen wir das gerne. Ich hab Bock auf Fragen. Wir haben fett viele Fragen bekommen, ne? Ey, übel krass, wir haben, also ihr müsst euch überlegen, 10 Uhr hab ich diesen, diese Fragerunde erstellt oder kurz vor 10 Uhr, wir nehmen den Podcast, haben jetzt glaube ich 10.30 Uhr ungefähr angefangen und es kamen so viele Fragen rein, das ist übertrieben einfach, also wirklich übertrieben. Aber sehr, sehr, sehr geil. Wir haben ja jetzt nicht so mega viele Follower auf Instagram oder sowas, ich mein, das sind nicht voll viele. Wobei, ist echt gut, 1800 mittlerweile, das ist schon super stark. Ja, damn, da werde ich bald überholt. Ha, folgt mir auf Instagram. Macht's nicht, folgt mir auf Instagram. Ja, ich poste eh nie was. Nur wenn ich ein neues Video hab oder wenn ich live bin. Also, was wird denn hier so geschrieben? Es wird geschrieben, wie lange kennt ihr euch schon und wie habt ihr euch kennengelernt? Ja gut, das ist jetzt nicht gerade sehr schwer, oder? Ja, wir waren im Kindergarten gewesen, in Sachsen. In Sachsen, genau, und ich hab österreichisch gesprochen und dann war das so komisch, das Verhältnis und haben uns so kennengelernt. Ja, das ist, wir kennen uns, seit wann kennen wir uns? Also das erste Mal... Puh, keine Ahnung, also... Ich kann's dir jetzt auch nicht sagen, seit einem Jahr vielleicht? Ja, also seit einem Jahr halt irgendwie so durch YouTube so aufeinander aufmerksam geworden. Einander Komplizente gemacht. Da war auf einmal so ein anderer Meinungsblocker, so. Da hat man sich den so angeguckt und dann dachte man so, Alter, ist der Scheiße. Seitdem kannte man sich einfach. Ja, genau, genau, so ist das gewesen aus meiner Sicht, ja. Ja, wahrscheinlich wirklich aus meiner Sicht, alles gut. Ja, aber ungefähr seit einem Jahr vielleicht. Und kennengelernt haben wir uns, weil du hast so Meinungsvideos gemacht. Wir haben immer gern auf Meinungsvideos reagiert und dann, keine Ahnung, vielleicht kam's dann so zustande. Ja, wahrscheinlich sogar. Ich muss dir ehrlich sagen, ich weiß nicht mal genau, wie das am Anfang war. Aber, ja, Alpha Kevin immer sehr korrekt gewesen. Auch zu kleineren YouTubern tatsächlich. Ich bist doch dein Herz, ja, Bibi. Ja. Ja, nee, kann ich auch nicht zurückgeben tatsächlich. Weil, guck mal, jetzt wo du groß bist und T-Tag oder, ach ja, egal. Ich will das immer noch aufmachen. Bruder. Was? Junge, weißt du, die Kleinen, weißt du, das Ding ist, Kaiser ist voll unhöfig zu den Kleineren, sag ich mal. Was? Und ich möchte jetzt einen anderen Namen gar nicht erwähnen, ja. Ich könnte jetzt einen anderen Namen erwähnen. Und das, also das würde das Hass zum Explodieren bringen, also Kaiser ist ja völlig abgehoben, wirklich ein ganz unangenehmer Mensch. Ja, ganz unangenehm. Ja, 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 na eh, Darko-Skin, Labil, keine Ahnung, die ganzen kleinen YouTuber und sowas, die fördere ich gar nicht, die suppresse ich, weil ich einfach allein an der Spitze stehen bleiben will. Jetzt glauben die Leute noch irgendwas, du weißt ganz genau, was diese Person über mich erzählt hat. Der Scheiß hat, ey. Du weißt ganz genau, was die Person über mich erzählt hat. So eine ungute Person. Junge, ich könnte den Namen schroppen, ey, ihr werdet alle schockiert von Kaiser, wie er so drauf ist. Alter, ganz, ganz schwierig. Kennt eh keiner. Oh, 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 Junge, jetzt sagt er sogar, es kennt eh keiner wie Abbruch. Nein, 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 okay, ganz kurz, ganz kurz, ganz kurz. Ich sag, ich sag, ich sag gar nichts in die Richtung oder sonst was. Mir ist scheißegal, ob jemand Großes, Kleines oder sonst was oder irgendwo mittendrin. Wenn du hinter meinem Rücken in den Kommentaren Bullshit über euch laberst, aber den größten Bullshit überhaupt und dann auch noch glaubst, ich merke das nicht. Lost. Lost. Ja, das stimmt. Also jetzt mal Spaß beiseite. Es ist gut, ich glaube, wir sind da ähnlich, was das angeht. Ja. Also man sollte jetzt nicht zu unangenehm sein gegenüber uns, weil dann kann es natürlich schon mal sein, dass wir auf manche Nachrichten vielleicht nicht reagieren oder auf irgendwelche Sachen nicht anspringen. Ja, ich weiß ganz genau so, wen ich nicht supporten werde in Zukunft. Mich? Dich, genau. Ja, scheiße. Ach man, ich hab eigentlich alles getan, dass wir gut miteinander sind, aber dann werden wir den Podcast wahrscheinlich streichen. Macht Robin den nächsten Podcast alleine einfach. Ja, genau. Nein, aber Real Talks, es hat nichts damit zu tun, dass die Person weniger Abonnenten hat als ich oder sonst was. Einfach unangenehm gewesen. Ist mir fucking egal, ja, unangenehm. Moritz K99 schreibt, pass auf. Das ist ein ganz anderes Thema auf einmal. Auf welchen Konzerten wart ihr schon oder welche würdet ihr gern noch besuchen? Boah. Fang so mal an. Deine Sächsische F-Max-Musik. Aller erstes Konzert war, Kollegah, 2017 oder so. Ja. Da hat er, und da musste ich aber schon eher los, weil dann eine Freundin, die mit dabei war, der ihr Trommelfell, irgendwas war mit dem Trommelfell. Und die konnte nicht mehr, äh, nicht mehr dort sein. Und kurz danach hat Kollegah jemand auf der Bühne weggeboxt. Das war genau in Leipzig, damals das, was so übel viral gegangen ist. Das war genau an, zu dem Konzert, ich wäre mit am Start gewesen. Da hat er jemand weggeboxt. Ähm, ich war auf 0,10,99 Konzert, auf dem Crow-Konzert. Aber ich war noch nicht auf so vielen Konzerten tatsächlich. Und ich möchte auf jeden Fall noch zu Kraftklub irgendwann, zu einem Konzert. Okay. Die sind nice. Äh, mein allererstes, mein allererstes Konzert war ein Konzert von, und damit würde jetzt niemand rechnen. Kerstin Ott, sag's. Nein. Ah. Von den Wise Guys. Kennst du die? Oh, ja, 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 meine Eltern haben das übel gern gehört. Das ist so eine Akapella-Band, ne? Ja, ja, voll. Und das habe ich auch super gern gehört damals, Wise Guys. Ja, das war sick damals. Und da war ich dann so mit meinem besten Freund und halt so mit seiner Familie, aber da waren wir halt elf Jahre oder so, ne? Ja. Dann war ich auf einem Bowser-Konzert, ne? Bowser, auch sehr, sehr geiler Musiker, ne? Und dann wollte ich auf ein Ghost Main Konzert in Wien, im Gasometer oder sonst wo. Und dann hat er das abgesagt. Und wegen, ich weiß nicht mehr genau, was da war, irgendwelche mentalen Probleme oder sonst was hat er gehabt. Und hat das halt quasi verschoben, so um einen Monat oder so. Und dann war Corona. Ja. Und dann bin ich nie gegangen. Also, konnte ich nie gehen, ne? Ja, warst du jetzt zuletzt nochmal auf einem Konzert? Nein. Nach Corona? Nein, es waren nur Wise Guys und Bowser. Okay. Und die 40-Euro-Karte habe ich nie wieder gesehen. Scheiße. Schade. Ja, guck mal, ich wollte auch zu Apache vor zwei Jahren. Da war auch Corona. Und dann wurde gesagt, jo, meldet euch, da kriegt ihr das Geld zurück. Dann habe ich das gemacht. Ich glaube, ich habe das Geld zurückbekommen. Ja, damals auf dem Bowser-Konzert, da war sogar Apache als Gast mit dabei. Aber das war nicht dieses Red Bull, was von Red Bull veranstaltet wurde. Da gab es auch mal irgendwas. Nein, ich glaube nicht. Nein, okay. Na, Apache war ja so, ist ja so ein bisschen noch so durch Bowser so bekannter geworden oder so. Ich wusste damals... Ich glaube, der ist im gleichen Label. Ja, das kann sein. Ich wusste damals gar nicht, wer Apache ist. Ich dachte mir so, ah, okay, irgend so ein Gastpart. Oh. Ja, nein, ich wusste nicht, wer Apache ist. Ja, nein, ich wusste nicht, wer Apache ist. Na. Gibt es auf Amazon, war ganz cool. Kann ich empfehlen. Okay. Okay, was wird noch geschrieben? Klink, Klinky, Unterstrich, Klink-Y-T-E. Ich weiß nicht, wie ich es aussprechen soll. Klink-Küte. Schreibt, wohin würdet ihr auswandern, wenn Geld, Familie und so weiter keine Rolle spielt? Also, was wäre der Ort, wo du sagen würdest, ey, dahin würde ich auswandern? Ich würde in Österreich bleiben. Oha. Ja, sicher. Ja, aber du weißt schon, das Auswandern bedeutet schon, nicht in Österreich zu bleiben. Ja, wenn ich müsste. Also, wenn ich müsste. Du musst jetzt auswandern. Okay, okay. Ja, wo wäre es? Also, ich, lass mich ganz kurz überlegen. Ich fände halt, ich würde halt wahrscheinlich entweder so irgendwo nach Amerika halt gehen. Okay. Oder, ich weiß nicht, ich war halt zum Beispiel noch nie in London oder so. Na, aber London hört sich halt auch geil an. Vor allem ist da immer schlechtes Wetter. Und ich mag schlechtes Wetter. Als ob. Ja, na, for real. Nein, du laberst Scheiße. Nein, ich meine es ernst. Was? Ja, ich hasse es, wenn fucking Sonne scheint. Ich hasse es. Über alles. Wie kann man so sein? Deswegen der Vitamin-D-Mangel bei dir. Darum bin ich immer so Kass, weiß. Na, for real. Sonne, fucking unnötig. Wer braucht sie? Okay. Wie kann man das sagen? Nein, also, ja. Irgendwo, wo man Englisch spricht, so. Weil nochmal eine andere Sprache zu lernen, wäre mir gleich zu aufwendig. Ja. Ja, aber nice. Ja, und du? Boah. Also, ich kann ja jetzt nur aus Erfahrung entsprechen, wo es schon war. Und dann sagen, okay, da könnte ich es mir mehr vorstellen. Also, ich glaube, ich würde tendieren zwischen, also Madeira fand ich super cool, so vom Wetter. Du hast halt immer so 20 Grad. Das ist übel entspannt. Das ist aber echt nice. Aber ich glaube, Mallorca würde sogar noch mehr, würde mir noch mehr gefallen, weil du hast auch Strände, du hast auch übelgeile Buchten. Das ist wirklich übel schön. Also, Mallorca ist übel schön. Das ist übrigens Mallorca, das ist nicht Ballermann. Mallorca ist eigentlich viel mehr als der Ballermann. Wir waren kurz beim Ballermann mal gewesen, um zu schauen, wie die Promenade so ist. Und es ist halt wirklich richtig krass touristisch alles, ne? Ja. Und wenn du aber außerhalb bist, ey, das ist die schönste Natur. Ich habe noch nie so etwas Schönes gesehen, wie auf Mallorca diese Strände. Wirklich, das war so ganz hellblaues Wasser, was du sonst so kennst, vielleicht bei den Malediven und so. Diese typischen Urlaubsbilder. Das hast du halt dort auch einfach in gewissen Buchten. Das ist, ja, ich finde die Natur dort super, super schön. Und ich glaube auch, das Klima ist sehr cool. Ja, stimmt, stimmt, stimmt. Ja, Klima ist auch wichtig. Es gibt bestimmt Orte, wo ich jetzt noch eher wahrscheinlich präferiere, aber da war ich noch nicht. Und ich habe es auch noch gehört. Ja, das dazu. Also übrigens, der gleiche User oder die gleiche Userin, Klink, hat noch geschrieben, was würdet ihr am liebsten in eurer Vergangenheit ändern, beziehungsweise was freut ihr am meisten? Also, ich würde jetzt, glaube ich, so gar nichts ändern. Ja, also klar kannst du jetzt so sagen, ja, fuck, ich hätte gerne in Bitcoin investiert oder sonst was. Aber halt so, ich würde gar nichts ändern, einfach weil ich halt jetzt gerade mit der ganzen Situation, so wie alles ist, halt mega zufrieden bin. Und halt so, da würdest du es halt riskieren und so. Aber wenn ich halt jetzt so, wenn sich halt so dadurch nichts geändert hätte, dann hätte ich wahrscheinlich früher irgendwas, entweder irgendeine Schule besucht oder eine Ausbildung gemacht, die irgendwas so mit grafischem Design oder halt sowas zu tun hat. Weil das ist halt, das hat mich immer schon interessiert. Aber irgendwie bin ich nie in die Richtung gegangen. Und ich habe mich extrem verloren gefühlt in der Arbeitswelt über Jahre, weil ich habe mir immer gedacht, das ist alles so eine Scheiße und ich habe null Bock auf den ganzen Scheiß. gesagt, wir hatten so mehrere Lehrlinge bei uns damals in der Firma und der eine hat irgendwas so mit grafischem Design gemacht und so. Und dann hat er immer so seine Projekte mitgenommen und hat er immer so gezeigt, was er gemacht hat. Und ich habe mir immer gedacht, Digga, das muss so geil sein. Ja, also. Aber da musst du halt auch mal früh drauf kommen. Aber guck mal, jetzt sind wir an einem Punkt, wo wir sagen können, ich glaube, wir sind ganz zufrieden damit. Ja, eben. Das ist ja das, was wir auf jeden Fall eigentlich immer wollten wahrscheinlich. Ja. Ja, also bei mir, ich weiß gar nicht, was mir jetzt so einfällt, wäre, als ich mit YouTube begonnen habe, mit dem Hauptkanal hier, zwei Jahre später oder ein Jahr später, bin ich in Netzwerk beigetreten. Und das lief übrigens erst letzten Monat aus, der Vertrag, weil ich habe dann gekündigt und so. Ich sage jetzt auch nicht, was für ein Netzwerk. Aber ich bin in Netzwerk beigetreten, weil ich mir so dachte, ey, ich mache ja kritischen Content, wenn mein Kanal gelöscht wird von YouTube, könnte ich mich ans Netzwerk wenden, die kümmern sich drum und so. Und ich habe denen halt wirklich vier Jahre lang eine gewisse Prozentzahl an Geld gegeben und ich habe nie einen Mehrwert bekommen, also wirklich gar nichts. Lol. Es gab nichts, was ich davon bekommen habe. Ich habe denen die ganze Zeit Geld gegeben für nichts. Also wirklich, also original für gar nichts. Aber. Also ich habe nichts bekommen dafür. Aber der kann, äh, der Vertrag, der ist irgendwie jährlich automatisch verlängert worden? Zwei Jahre verlängert er sich. Und ich habe damals, habe ich so gedacht, ey, ich muss kündigen. Und habe gemerkt, scheiße, die Frist ist verstrichen. Und dann hat er sich wieder zwei Jahre verlängert. Das ist bitter. Und dann habe ich mir direkt dann für zwei Jahre später den Timer gestellt und anderthalb Jahre später den Timer gestellt. Äh, kündigen an dem und dem Zeitpunkt. Und in dem und dem Zeitpunkt habe ich gekündigt, habe auch die Kündigung eingereicht. Ne, und jetzt vor einem Monat oder vor zwei Monaten ist es, ist der Vertrag ausgelaufen. Därm. Alter, es ist so dumm. Ihr müsst euch überlegen, das sind, das ist so viel, was ich, was ich dadurch an Geld eigentlich nicht bekommen habe. Für nichts, für keinen Aufwand. Ich habe mit denen nie gesprochen. Die haben sich nie bei mir gemeldet. Und immer, wenn ich mich bei denen gemeldet habe, kam eine Nachricht erst zehn Jahre später. Ja. Oh mein Gott, es ist so dumm gewesen, ehrlich. Ja, das ist halt von früher noch wahrscheinlich so. Ja. Früher war jeder in einem Netzwerk und da hast du dann gedacht, ja, muss ich oder auch? Ey, ihr braucht kein Netzwerk. Also vielleicht mal so, ich habe ja, wir sind ja in dem Management. Ja. Und so da hast du einen Ansprechpartner, aber es geht ja nicht darum, dass du immer jeden Monat das und das abdrückst oder so. Das ist ja bei einem Netzwerk der Fall. Ja, 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 genau. Und da geht es ja nochmal um andere Sachen. Und hier hast du ja direkt engen Draht zu Kollegen, zu Partnern und so weiter. Und das ist alles viel nahbarer. Aber bei dem Netzwerk war halt gar nichts. Die hatten auch keinen Plan von irgendwas, habe ich das Gefühl gehabt. Aber theoretisch brauchst du wirklich als YouTuber nichts. Also wenn dir irgendwer, du kriegst Angebote von irgendwelchen Leuten, die irgendwas für dich machen wollen, dies, das. Du brauchst gar nichts. Ich habe nie in meinem ganzen Leben irgendwas angenommen. Jetzt bin ich halt bei dem Management drin, aber ich muss theoretisch, muss ich ihnen gar nichts zahlen oder sonst was. Ich bin halt connected mit so Leuten und sowas, weißt du, was ich meine? Aber nehmt nicht irgendwas an. Macht es nicht. Leute, geh mal bitte nicht in den Netzwerk. Ja. Wirklich. Also das, was Unge damals schon gesagt hat, mit Freiheit. Raus aus Mediakraft oder was auch immer das damals war. Leute, es ist das Beste, einfach gar nicht erst noch reinzugehen. Weil das ist wie so ein, ich will jetzt nicht sagen Knebelvertrag, aber du kommst halt schlecht raus aus so einem Vertrag. Und du musst dann jahrelang warten, bis du endlich wieder draußen bist. Also das ist wirklich eine absolute Frechheit gewesen. Ja. Ähm, hier wird noch geschrieben, gibt es Personen, die, also Samantha31 hat geschrieben, gibt es Personen, die euch geprägt, inspiriert haben, dass ihr Meinungsblogs bei YouTube macht? Also ich würde schon sagen, dass CoronaV eine Rolle gespielt hat, weil ich ihn damals öfter geschaut habe. Und Firegarden dann auch. Und dann habe ich selber angefangen. Als ich dann zu Firegarden anfänglich geschaut habe, habe ich dann selber auch angefangen und gemerkt, so jo, das macht eigentlich Spaß. Würde ich sagen. Ja, ja, ja. Also ich glaube so, wenn es die ganzen Meinungsblogger halt so wie halt dich, KuchenTV, Just Nero und bla bla bla, wenn es die halt nicht gäbe, dann wäre mein Content auch anders. Wahrscheinlich. Aber halt so wirklich so inspiriert, glaube ich, das war so eine Mischung aus allem einfach. Aber vor allem so aus amerikanischen YouTubern, so H3, H3. Den habe ich damals voll gerne geschaut oder sowas. Ja, ja, voll. Da sind halt, glaube ich, auch so viel so humoristische Überschneidungen und sowas halt in meinen Videos zu finden. Oder halt, keine Ahnung, so ein paar Leute halt einfach. Aber das ist einfach so eine Mischung aus allem Möglichen. Ja. Ja. Punkt. Dann haben wir das. Ich habe zum Beispiel immer gerne Sunny V2 geschaut. Ja, ja, das ist auch gut. Auch mega, mega. Der geht auch richtig viral. Heute erst geschaut wie hier. Aber ja, der hat auch richtig geile Videos gemacht. Also so richtig angenehm. Also bei ihm, da merkt man, wer auch immer dort die Grafiken macht, es sieht so smooth und professionell aus. Ja. Das kann gar nicht floppen, das Format. Ja. Also es gab mal eine Zeit. Also mittlerweile nicht. Also irgendwie, ich bin eigentlich zufrieden so mit Meinungscontent. Kann ich jetzt nicht viel sagen. Zwischenzeitlich schon wäre ich gern groß geworden mit Unterhaltungs-, also richtige Unterhaltung einfach. So a la Nebelnig oder so. Das habe ich zum Beispiel übel gern geschaut. Nebelnig, der hat einen richtig krassen Stil gemacht. Ja, das ist sicher schwer, Content da zu schöpfen die ganze Zeit. Ja, safe. Weil jetzt machst du Content aus anderen Leuten, ne? Und da musst du einfach funny sein. Ja, wobei glaube ich auch, wenn du sowas machst wie ein paar Looten, also kennst du bestimmt, Paluten. Ja, der macht so Minecraft-Videos, oder? Ja, ja, der macht so alle Gaming-Videos, alles Mögliche. Also so sämtliche Simulatoren und so. Ich glaube, wenn du da groß wirst und hast eine übelste Community, wie bei German Let's Play, Paluten und so, das pusht sich ja auch gegenseitig hoch. Und ich glaube, das ist sowas, was übel safe ist. Weil du hast halt immer Content, weil du kannst immer das Spiel spielen, das Spiel spielen. Du weißt, das kommt gut an. Und du hast nie Content-Probleme. Fix, das ist ein guter Punkt, weil halt, wenn du immer ein geiles Game hast, dann schon. Weil ich habe mir vorhin so gedacht, so ja, okay, eigentlich wäre geil gewesen, so in der Kategorie Gaming. Weil dann machst du Fortnite-Videos und dann machst du so, ja, ich mache neue Fortnite-Challenges, neue Fortnite-Skin, neue Fortnite-Dies, das, bla bla bla. Aber dann, wenn das Game stirbt, dann stirbt dein Kanal. Aber wenn du halt sowas machst, oder so wie Hand of Blood oder so, die ganze Zeit irgendwelche verschiedenen Spiele oder sowas spielst du, da geht dir nie der Content aus. Ja. Das ist, ja, das wäre auch cool. Wäre auch cool. Auf jeden. Ja, das ist halt auch, das ist auch sehr vielseitig einfach. Ja. Weil du halt jedes Spiel anspielen kannst und die Leute schauen es halt, weil du es bist. Das ist halt geil. Ja, voll. Das ist bei Paluten ja auch so, dadurch ist er ja unfassbar erfolgreich. Ja. Der Makrologe schreibt, was ist euer Lieblingsvideo von euch selbst, wo ihr denkt, dass es euch sehr gelungen ist? Boah. Also ich kann direkt das beantworten. Also das war zumindest immer mein Lieblingsvideo mittlerweile. Also jetzt von der Qualität her gibt es jetzt andere Videos, wo ich sage, die präferiere ich mehr. Aber jetzt ein Video, wo ich sage, das hatte ich immer als Kanal-Trailer bei mir auch. Das war das Video gegen Buchi. Das war halt ein Video, es geht halt 36 Minuten. Ich glaube, es gab kein längeres Video bei mir. Und ich konnte ihm eigentlich in jedem Punkt auf humoristische Art und Weise so ein bisschen die Ehre nehmen. Das fand ich immer ganz lustig. Boah, ich muss dir ehrlich sagen, ich weiß gerade gar nicht. Also vielleicht so mein 2022er Recap oder sowas. Ich bringe auch bald ein Video raus, so zehn abgestützte YouTuber oder irgendwie so. Ich mag so Videos, wo viel Content drin ist, wo so viel abgeht. Ja. Einfach generell. Weil halt klar ist es immer cool, wenn du so eine Story hast, aber wenn du so acht, neun, zehn verschiedene Sachen in einem Zehn-Minuten-Video drin hast und dann auch noch so Jokes drin hast und dies, das und blablabla. Das ist schon cool. Sowas mache ich. Und das finde ich auch, wenn dir das gelingt, dann ist es halt Bombe. Das stimmt. Aber wo würdest du sagen, das ist jetzt dein Video bisher? Keine Ahnung. Ich habe versucht, eine ungenaue Antwort zu geben. Ich kann es dir nicht sagen. Alle meine Videos sind Bombe. Die Videos sind auch bei dir alle gleich scheiße. Genau, ja. Hast du ein Lieblingsvideo von mir? Ein Lieblingsvideo von dir? Ja. Die sind halt ähnlich strukturiert, die meisten Videos. Warte, ich hatte irgendein Video, da fand ich die Jokes super lustig. Aber jetzt weiß ich aber nicht mehr, was es für ein Video war. Das ist noch gar nicht so lange her. Da habe ich ja, muss ich übel lachen, weil du nur dumme Jokes gebracht hast und die ganze Zeit irgendwelche Wortwürze gebracht hast. Okay. Da höre ich die ganze Zeit. Ich dachte ja, Alter, das kann doch nicht sein. Aber das ist vor ein paar Wochen erst gewesen. Also das war nicht lange her. Also das ist mir so im Kopf geblieben. Das war sehr lustig. Ja. Ich fand dein Jo-Olli-Video sehr interessant. So generell dieses, das hat glaube ich 20 Minuten oder sowas. War das lang? Boah, das war übel aufwendig. Ja, das glaube ich. Das war sehr stark. Da habe ich auch gesagt, ey, ich stecke jetzt alles auf an da rein. Ja. Keine Ahnung. Also du meinst jetzt das Video, wo es so richtig um Jo-Olli geht, nicht um diese Frauen von Jo-Olli, sondern um das ganze Jo-Olli-Thema. Ich glaube, das war das ganze Jo-Olli-Thema und sowas. Ich habe selber mal ein Video über Jo-Olli gemacht und aus deinem Video habe ich noch mal viele Infos bekommen, die ich gar nicht kannte. Weißt du, Simon? Ja, wirklich, da habe ich lange dran gesessen an dem Video. Aber ich dachte mir, Alter, komm, ich ziehe jetzt richtig durch. Ich mache jetzt so richtig. So, ey, wenn ich jetzt mal ein Video mache zu Jo-Olli, dann haue ich jetzt mal so ein richtig großes Ding raus. Da habe ich ja alles aufgezeigt, wie es früher war und wie es halt jetzt ist. Also den Verlauf von Jo-Olli. Aber das ist doch extrem abgegangen mit dir. Bei dem Video bin ich auch zufrieden gewesen, aber das war echt nicht schön, das zu recherchieren. Ja, sicher, ja, klar. Das war einfach, irgendwann merkst du, Alter, du hast dort noch die Info, dort noch die Info und du merkst so, Alter, irgendwann, es hört auch nicht mehr auf. Er hat nur Scheiße gemacht in seiner Dreckskarriere. Ja. Wie stehst du zu Montana Black CSGO Pack Openings, schreibt Alex? Boah. Also ich sehe es kritisch. Es ist halt Glücksspiel. Und es ist halt für mich, also ich selbst kenne es ja, ich habe auch schon mal CSGO Cases geöffnet, aber nur 25 Euro habe ich bis jetzt dafür ausgegeben. Da war ich 16, habe ich richtig krass bereut, weil ich kein Taschengeld zu der Zeit oder 10 Euro Taschengeld bekommen habe oder so. Und dann habe ich mir eine PaySafe-Karte bei der Tankstelle geholt und 25 Euro, ich weiß es noch. Und dann war damals meine Freundin so neben mir und ich habe so das verzockt, habe so gesagt, Alter, hier ist nichts draus gekommen, habe wirklich so übeles Probleme gehabt damit. Ich fand es richtig scheiße, habe das nie wieder angerührt, diesen Dreck. Und ja, nee, das ist auf jeden Fall, das ist schon mehr Richtung Casino, dieses CSGO-Gambling, weil du bekommst halt einen Echtwert daraus. Ja, stimmt, stimmt, stimmt. Das vergesse ich die ganze Zeit. Ja, das ist halt, es ist halt so oft immer wieder so, weißt du, Monte ist immer so auf entweder Casino oder FIFA-Packs oder jetzt dieses CSGO-Ding. Wenn es irgendwas Ähnliches gäbe wie Casino, dann würde es Monte halt einfach machen. Ist ja insgesamt einfach nicht gut, weil er auch viel in dem NFT-Ding drinnen und sowas und das war ja auch sehr viel Spekulation. Gut, das ist jetzt was anderes, aber trotzdem. Ja, ist nicht gut. Ich mag Monte so an sich schon, weil ich damals sehr viele Videos geschaut habe von ihm und dies, das. Und deswegen ist es halt immer wieder schade, dass er nicht einfach das halt nicht machen kann, weißt? Das heißt, Monte ist eben mit allem erfolgreich, was er macht. Das ist halt nicht notwendig. Ja, das ist halt, ja, ich verstehe das halt auch nicht. Vor allem so, das kam aus dem Nichts. Ich sehe so eine Kategorie CSGO. Ich dachte ja, hä, wer will mich jetzt hier verarschen? Was für CSGO? Junge, das Spiel, das hat schon seit Jahren nicht mehr den Hype. Auf einmal streamt er da CSGO-Case-Opening. Ja. Nee, finde ich auch ein bisschen schade, weil es halt Glücksspiel ist. Keine Ahnung. Also, ich bin jetzt hier nicht der Monte-Hater, aber er hat halt schon viele Sachen gebracht, wo ich auch so sage. Das ist für mich unverständlich einfach. Ja. Ja, fix. Kaiser, wie viele Tattoos hast du und was für eine Geschichte haben sie? Schreibt mRinke79. Boah. Du hast schon viele Tattoos, ne? Ich habe eins, zwei, drei, vier. Ich habe eins auf der Brust, ich habe eins auf dem Bauch. Ach, wie so deppert Brust, hat es so unfassbar wehgetan. Boah, das wäre echt nicht gut. Und dann habe ich mega viele noch am Bein, keine Ahnung, wie viele ich habe, über 20 oder so. Über 20, okay. Ja, ja, sicher. Also, glaube ich. Oh, jetzt kriege ich meine Hose nicht mehr. Über die fetten Waden, ne? Ach, okay. Schön fürs Fußballspielen aufwärmen. Für später. Okay, gut, dann lass uns das wieder Bedeutung, weil ich glaube, bei 20 Tattoos ist eine Bedeutung jeweils zu erfahren, ist schon krass. Nein, nein, ich wollte noch ganz kurz sagen, es hat nicht jedes Tattoo eine Bedeutung. Es haben viele Tattoos so eine sehr deep Bedeutung. Die ist das, ich mag so Song References oder halt so zu irgendwelchen Künstlern oder so. Machst du mir jetzt sogar meine Pose nach oder was? Ich habe schon die ganze Zeit die Pose und dann hast du die auf einmal übernommen und hast dann einfach noch, weißt du, du wolltest es noch cooler machen. Ja, ja, okay. Na, aber ich, also irgendwann ist halt auch einfach wirklich so, wenn du halt genug Tattoos hast, ich habe jetzt nicht so unglaublich große Tattoos oder sonst was, ich habe noch genug Space, aber irgendwann kannst du, so mein Leben hat nicht so fucking viel Bedeutung, dass ich meinen ganzen Körper voll mit bedeutungsvollen Tattoos voll kleistern könnte oder so. Und wenn dann Leute ohne Tattoos sagen, hä, das hat gar keine Bedeutung, dann ist so, ja Bruder, was soll ich mir denn tätowieren? Ein fucking Roastbrot, ein Toastbrot soll ich mir denn tätowieren? Ja, wie wäre es damit, oder? Das wäre das nächste Tattoo dann. Am Hals, Georg TV. Ich würde es schon so unter, ich würde es schon so entweder an die Stirn machen oder so unter dem Auge, statt so eine Träne, so ein Roastbrot. Ja, ja, wie Monte, wie Monte, nur ein Toastbrot. Da ist man auf das Rolex-Tattoo, mach lieber Roastbrot drauf. Genau. Okay, machen wir noch die letzte Frage. Ach nee, wir machen nicht die letzte Frage, wir machen das die vorletzte Frage. Meer oder Berge? Berge. Ich würde Meer sagen. Berge ist halt anstrengend, aber ich mag auch Berge, ich finde das sieht sehr schön aus. Ja, wir waren mal so auf Urlaub, so in den Bergen und sowas und das war ein sehr luxuriöses Haus, so. Also das war jetzt, also, fuck it, egal. Auf jeden Fall, das war richtig fucking entspannt, weil halt unten im Tal hätt's halt so, oder halt, also ganz unten hätt's halt so 25, 30 Grad gehabt und oben schön kühl, so leichte Brise, du hörst so die Kuhglocken im Hintergrund. Boah, das war einfach, also das ist schon legendär. Das ist schon geil, ja. Ja, ich bin immer mit meinen Eltern immer wandern gewesen, also die Berge kenne ich mittlerweile sehr, sehr gut. Ja, das Meer gibt halt so, ich weiß nicht mehr so dieses Urlaubsding auch. Du chillst, du kannst echt mal runterkommen, entspannen, hast dann auch das Meer und ich bin gar nicht so der Typ, der gerne ins Meer geht, ne, weil erstmal man verbrennt sich halt mega schnell und zweitens, ich mag diesen Salzgehalt im Wasser nicht so. Du gehst raus und alles klebt, dein Körper klebt. Ja, ja. Ich hasse es, ich geh da lieber in den Pool, aber ich mag so dieses Meer so, gerade am Abend anschauen und einfach mal so entspannen, keine Ahnung. Ja, das kann auch was. Das ist auch mega geil. Das stimmt schon. Ja, so ein bisschen was von beidem, sehr wichtig. Meer in den Bergen. Ich finde auch, weißt du, wenn du das so splitten könntest, ich würde es so genau splitten, das wäre echt geil. So halb Meer, halb Berge, das wäre echt geil. Ja, so ein Berg im Meer, genau. Ja, ja, so ein Eisberg, so ein fetter Eisberg. Eisberg. Okay, letzte Frage von finn1811. Würdet ihr eure erlernten Berufe wieder aufnehmen, wenn YouTube mal nicht mehr klappt? Finde ich, das ist eine sehr spannende Frage. So, du hast ja gesagt, du bist nicht so zufrieden mit deiner Arbeit gewesen. Würde ich nicht machen, nein. Würde ich nicht machen. Ja, ich habe eine Lehre im Büro gemacht und das ist ja alles schön und gut, aber das ist absolut, absolut, absolut nicht meins. Überall, wo ich war im Büro, es hat mir gar nicht gefallen. Ich habe sogar im, also sogar im Lager, ich habe im Lager auch gearbeitet und es hat mir viel mehr gefallen, obwohl es halt nichts mit meiner Ausbildung so zu tun gehabt hat. Ich würde irgendwas, wenn jetzt YouTube einfach nicht mehr funktionieren würde, würde ich schauen, dass ich vielleicht irgendwo bei irgendwem Cutter wäre oder so oder, weißt du, es gibt halt solche Firmen, die machen auch so YouTube-Projekte. Ich habe damals, habe ich mich sogar bei einer Firma beworben, die hat wen gesucht für ihren YouTube-Kanal, da hatten die, glaube ich, 17.000 Abonnenten oder so und ich habe mich beworben und ich hatte 500 Abonnenten und die haben mich nicht ernst genommen und jetzt habe ich mehr als dreimal so viele Abonnenten wie die. Ha, Opfer an der Stelle. Na, aber Spaß beiseite. Ja, sind schon Opfer. Sind schon Opfer. Bruder, imagine, die hätten mich geholt. Ja, du wärst noch nie groß geworden auf YouTube. Das stimmt auch wieder, ja. Also danke, Shoutout an die. Nein, aber so generell, so irgendwas in Richtung Medien, Social Media, keine Ahnung, irgendwas würde ich da machen. Safe, ich glaube, wenn du einmal in der Selbstständigkeit bist, willst du eigentlich auch gar nicht mehr raus. Du willst dann schon irgendwie so dein eigenes Zeug trotzdem noch weitermachen und wenn es halt Cutten ist oder wenn es irgendwie Managen ist von einem Kanal oder irgendwas oder in dem Management irgendwas mitarbeiten, weil du kennst dich da ja schon so ein bisschen aus oder hast schon mal Berührungen gemacht. Ja, also wäre bei mir genau das Gleiche. Also irgendwie als Erzieher ist ein wichtiger Beruf, ist auch ein guter Beruf und hab da auch meine Erfahrungen gemacht. Aber wie gesagt, wenn du einmal in der Selbstständigkeit bist, wenn du weißt, wie das ungefähr läuft, dann hast du Schwierigkeiten dann zu sagen, ey, ich geh wieder in dieses Angestelltenverhältnis oder in dieses, sag ich mal so krampfhafte Angestelltenverhältnis. Du hast einen Chef und der ist halt auch, keine Ahnung, so distanziert, weißt du? Ja, ja, ich weiß, was du meinst. Aber ich glaube, das wäre gar nicht das Problem bei mir. Das Problem bei mir war halt wirklich nur so die Arbeit und halt, dass ich mich nicht so wirklich wohl gefühlt habe damit. Aber wenn ich jetzt, also wenn ich jetzt angenommen Cutter wäre und ich wäre halt Vollzeit angestellt oder sowas, das wäre mir halt auch komplett egal. Dann würde ich trotzdem so, würde ich einfach alles geben, was ich halt habe und immer schauen, dass es halt immer am besten ist und dies, das. Dann bin ich halt Angestellter, das ist mir egal. Es geht mir halt einfach nur darum, dass ich halt so, es ist im Endeffekt eh scheißegal, wie viel du im Leben verdienst, dies, das, jenes. Du musst halt einfach Spaß haben so bei der Sache. Ja, 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 ja. Also bei mir genau das Gleiche. Also für mich ist es auch so, also als Erzieher würde ich jetzt nicht unbedingt weiterarbeiten. Also mir hat auch die Arbeit jetzt nicht Spaß gemacht, aber irgendwie alles, was rund um die Technik geht hier, was YouTube angeht oder was Videos angeht, macht mir einfach mehr Spaß. Also da würde ich halt auch sagen, ja, Cutten würde ich da auch machen und man hat ja dann irgendwie auch so ein bisschen Connections, wo man sagen kann, ey hier, ich kann das und das übernehmen oder so. Also ich denke, der würde sich schon irgendwas machen lassen. Und ja, also bei mir letztendlich das Gleiche wie bei dir. Ich hätte auch kein Problem, Angestellter zu sein. Also das nicht, aber es geht um dieses, ich glaube, wenn du Cutter bist und du hast jetzt einen Chef oder jemand, der sich so darum kümmert, dann hast du ein anderes Verhältnis, als wenn du, keine Ahnung, bist in einem öffentlichen Dienst als Erzieher oder in einem privaten Dienst als Erzieher und dann hast du einen Chef und der ist übel distanziert und keine Ahnung. Das ist nochmal ein anderes Verhältnis, als wenn du so, ihr habt so die gleiche Passion. Ja, ja, fix. Vor allem halt du als Selbstständiger, also ich entscheide ganz genau, was für ein Thema ich mache oder was für Jokes ich bringe, wie das Thumbnail ausschaut, wann ich hochlade, wann ich schneide, weißt du, was ich meine? So, das ist halt, das hast du halt dann einfach gar nicht und dann kommt der Chef daher mit irgendeiner komplett dummen Idee und du sagst dir, Bruder, das ist die dümmste Idee ever, das machen wir nicht. Aber du kannst das halt nicht machen. Ja, du kannst es auch nicht sagen. Das ist der Vorteil beim Selbstständigsein. Weißt du, weißt du, wenn du jetzt als Cutter irgendwo bist und dann wird gesagt, hier, so und so muss es sein oder so und so soll es sein, dann kannst du auch mal deinen eigenen Vorschlag mit einbringen. Ja. Aber ich weiß so ganz genau, würde ich jetzt als Erzieher arbeiten, so, dann würde ich mir wahrscheinlich gar nicht erst getrauen, dem Chef irgendwas zu sagen. Ja, ja. Weil dann der Chef vielleicht sagt, hier, du weißt schon, mit wem du redest. Ja, natürlich. Also du wirst ja gar nicht so richtig, ich weiß nicht, ob du nicht für voll genommen wirst, aber ich glaube, das hat auch was mit dem Alter zu tun. Wenn du ein bisschen jünger bist, ist es so, als Erzieher ist es schwierig, dann wirst du noch nicht so ernst genommen und wenn du Cutter jetzt wärst oder so, ich glaube, dann wirst du mehr ernst genommen, einfach, weil du schon viel interessierter bist für das ganze Thema. Ja, eben und halt so mit deinem Background zum Beispiel, wenn du einfach sagst so, yo, ich habe halt einfach jahrelang einen erfolgreichen YouTube-Kanal geführt, so, ich weiß, wovon ich rede, dann überlassen die Leute das auch eher. Safe, ja. Ja, Mann, fünf Jahre habe ich Ausbildung gemacht, zwei Jahre Sozialassistent, vier, drei Jahre Erzieher, um dann letztendlich selbstständig zu sein und nicht Erzieher zu sein. Eine Enttäuschung für die Familie zu sein, indem du YouTuber wirst. Ja, ja, richtig. Nee, wir sind schon in krasse Enttäuschungen. Ja. Muss auch mal gesagt sein. Ja. Letzte Frage, oder? Oder warst du es schon? Das war die letzte Frage gerade. Ach, der... Hast du noch eine Frage? Ja, ich habe eine Frage. Was machst du heute noch so? Ich mache heute noch ein Video. Ah, okay. Spoiler oder eher nicht so? Nee, ich sage es noch nicht so. Okay, okay. Ja. Was aktuelles aber? Das ist was aktuelles, ja. Ah, okay, cool. Dann nehmen wir... Vielleicht haben wir auch gerade im Podcast schon drüber gesprochen, über das Thema. Ah, okay, 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 okay. Ah, vielleicht habe ich jetzt schon zu viel gespoilert. Okay, okay, okay. Ich gehe jetzt dann nach Fußballspielen. Ich habe seit zwei Wochen... Junge, was ist denn mit dir los? Du fängst auf einmal übel an in Fußballspielen. Ja, Alter, der Haarland ist jünger als ich. Ich muss ja auch irgendwie wieder reinkommen, ne? Keine Ahnung, A ist Roma, Dortmund, Liverpool, Liverpool, Jürgen, if you see this, you can speak German, but anyway, please sign me. Na, jetzt wo schönes Wetter ist, ich habe Bock, Fußball zu spielen und so. Ich habe ein bisschen Knieprobleme. Ich weiß nicht, warum... Erwachstumsprobleme. Seit zwei Wochen. Ja, ja, jetzt wo ich in die Pubertät komme. Ja, richtig. Habe ich Knieprobleme und so. Letztes Mal hatte ich voll... Also ich bin... Normalerweise bin ich so der Goat im Lattenschießen. Weißt du, was ich meine? Ja. Aber ich konnte einfach nicht mehr so hoch schießen, weil ich mich nicht getraut habe, mein Knie so zu bänden. Keine Ahnung was. Ich hoffe, diesmal wird es besser. Ja. Rose, Goat. Rose, Goat. Oder Goat, Rose. Nee, Goat, Broat. Na, scheiß drauf. Ja, okay, aber das ist doch schön, dass du dich sportlich betätigst. Genau, ja. Ich bin immer noch verletzt. Ich habe immer noch eine Leistenzerrung. Also du hast immer noch eine Ausrede, okay. Immer noch eine Ausrede, richtig. Endlich keinen Sport machen, Mann. Aber ich habe mir extra eine Handelbank für zu Hause gekauft. Ich hatte zuletzt negative Erfahrungen im... Habe ich das überhaupt letztens erzählt? Im Gym? Keine Ahnung. Im Gym. Ich war im Gym, habe so trainiert und dann wurde ich so fotografiert von jemandem. Wirklich? Ja, ja, der saß so gegenüber von mir, ne? Und auf einmal sehe ich so, er... Warte, pass auf, ich muss das so überlegen. Ich sitze so an der Maschine, mach hier, ähm... Ist, glaube ich, Butterfly heißt das. Mach so die Übung. Und auf einmal sehe ich so gegenüber von mir, der sitzt so an seinem Handy. Alles cool, ne? Ich sehe das so, wie er ganz normal sein Handy hat. Und auf einmal wandert das Handy immer weiter hoch. Immer weiter hoch. Und auf einmal drückt er irgendwie drauf. Und ich habe genau in dem Moment, habe ich so kurz hingeguckt. Und habe das so genau mitbekommen, dass er mich da fotografiert hat. Und tatsächlich zwei Stunden später kam noch eine Nachricht auf Instagram. Da hat er so gesagt, ey, yo, ich habe dich auf... Ey, ich habe dich hier im Dings im Gym gesehen und so. Ja, wusste gar nicht, dass du hier bist und was weiß ich. Und an dem gleichen Tag wurde ich noch zweimal angesprochen im Gym. Konnte halt meine Übungen so nicht machen, wie ich die wollte. Und dann bin ich so gegangen und seitdem war ich halt nicht mehr wieder. Also ist jetzt schon drei Wochen her oder zwei Wochen her. Und dann habe ich mir gesagt, ey, ich habe mir jetzt eine Handelbank geholt. Habe mir noch Handeln geholt. Und ja, mache halt von zu Hause aus noch ein bisschen Sport. Ich habe keinen Bock, da belässig zu werden im Gym. Da habe ich keine Lust drauf. Ja, verstehe ich. Ich werde eigentlich fast nie erkannt. Ich wurde letztens beim Bowlen erkannt. Und dann hat der Ehremann mir bei meinem letzten Twitch-Stream sogar noch fünf Euro gespendet. Ist auch geil. So ein geiler Typ. Shoutout, falls du es siehst. Jo, grüße an dich. Aber mach keine Bilder einfach so. Ja, frag doch einfach nach einem Bild. Also als ob das ein Problem ist. Also ich glaube, wir alle haben damit so als Influencer kein Problem, wenn jemand auf einen zukommt und sagt, hier können wir ein Bild machen. Oder mal kurz reden für eine Minute, was weiß ich. Das muss ja jetzt kein langes, unangenehmes Gespräch sein, sondern einfach mal so, jo, hier, was geht. Und was weiß ich, aber mach doch keine Bilder. Einfach heimlich. Ja, das ist halt schon, ja. Vor allem halt, wofür. So, dass du es dann halt herumschicken kannst. Oh, schau mal, ich hab Alpha Kevin gesehen. Ja. Anstatt, dass du einfach so ein Selfie mit Alpha Kevin hättest. Boah, das wär ein Flex. Übelster Flex. Das hätt ich gerne, aber naja. Ja. Da hatte ich, da hatte ich by the way auch, da hatte ich by the way ein. Da bin ich so ein Rossmann, um für Tina, also meiner Freundin, noch was zu kaufen. Und bin ich nur mal ganz kurz rein, hab schnell was geholt. Weil ich bin so einer, ich geh in den Laden, ich weiß was ich will und geh wieder raus. Ja. So, und ich geh so straight up rein. Und auf einmal kommt so einer so von hinten, ich hab fast angerannt, so in die Reihe. Und sagt so, ey, yo, ich hab dich letztens hier im Supermarkt getroffen. Ey, ich wollte dich da aber nicht ansprechen. Können wir hier ein Bild machen? Und da hab ich einfach im Rossmann, so in so einem Mini, das ist echt nicht groß, ne. So, so noch so auf Krampf ein Bild gemacht. Ich fand's lustig, ne. Ich fand's wirklich lustig. Aber super, super sympathisch, super nett. Aber so, da denk ich mir, okay, mach das doch einfach so. Ist halt viel entspannter, als wenn ihr jetzt einfach ein Bild macht. Irgendwie, was habt ihr von dem Bild? Ihr habt ja nichts davon. Ja. Es gibt auch, ihr könnt auch Bilder auf Google finden von mir. So, dann nehmt halt das Bild. Achso, das werde ich dann, da werde ich gleich googeln. Oh, scheiße. Macht's nicht, Leute, macht's nicht. Ja, gut, meine lieben Brote. Ja, Kaiser macht heute die Ant-Mod. Er hat ja die Ant-Mod gemacht, macht jetzt auch die Ant-Mod. Boah, darf ich die auch noch machen? Okay, ähm. Lass mich kurz überlegen. Freunde, ich mach das jetzt wie Alpha-Quinzi machen würde. Ja, dann sollst du es auch schon wieder gewesen sein. Wir haben jetzt schon so viele Fünf-Sterne-Bewertungen auf Spotify. Habt ihr das gewusst? Alter, du hast recht. Das haben wir vergessen am Anfang zu erwähnen. Na, siehst du? Na, sicher, ich bin ein Alpha-Quinzi. Oh Gott, ist das dumm. Ey, wenn ihr bis hierher geschaut habt und noch nicht eine Fünf-Sterne-Bewertung abgegeben habt, macht das mit jetzt. Dann ist das ultra-Cringe. Achso, ja, genau. Wir haben 2.900 Fünf-Sterne-Bewertungen. Wir sind kurz vor den 3.000. Du Deppert, was? So viele? Ja, das ist stark. Lol. Okay, na, für real, danke nochmal an alle, die das machen. Na, jedes Mal. Ähm. Es gibt sich eh keiner der Ab-Moderation, wenn die immer fünf Jahre dauert. Ähm, danke fürs Zuschauen. Lasst gerne eine Bewertung da. Erzählt es eurer Oma, erzählt es euren Postler, erzählt es euren Milchmann. Und macht keine Bilder im Gym, sondern macht Bilder im Rossmann. Richtig. Genau, richtig und wichtig. Rossmann, ich freue mich. Genau. Rossmann, Shoutout. Könnt ihr uns gerne sponsern. Ja. Ja, macht es gut. Geht's Fußball spielen und grüßt eure Tante. Ebenso. Wiederhören. Wiederschauen und reingehauen, liebe Freunde.